Das Alkoholfreisch schneidet er nämlich nachher noch weg. Hallo und herzlich willkommen zum 58. Podcast vom Profi-Nerd im Blauen Pin. Und heute habt ihr ein paar andere Stimmen im Ohr, denn ich bin heute zusammen mit dem Dustin, der kennt ihr vielleicht noch, das ist dieser komische Mensch, der am Anfang von mir immer Podcasts gemacht hat, lange nicht da war. Und jetzt hat er sich zurückgefunden und wahrscheinlich nur wegen einem einzigen Menschen und zwar dem Gary. Den Gary kennt ihr von Lego Marses. Hallo ihr beiden. Halli, hallo. Hallo. Grüß dich. Hallöchen, wie geht's euch denn? Ja, eigentlich so mir soweit ganz gut eigentlich. Endlich mal wieder mit dabei, mal wieder Zeit gefunden. Ja, du hattest ja lang keine Zeit, das ist eine Frechheit, du musstest immer so viel arbeiten, jetzt hast du endlich mal Zeit. Jetzt habe ich Zeit, ja. Das ist schön. Und der Gary, ja, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich freue mich auf jeden Fall dabei beim ersten Mal beim Podcast dabei zu sein. Also Livestream, schon einige gemacht, aber Podcast, also nur auf die Ohren, das ist ganz neu für mich. Ja, wir waren ja gemeinsam schon mit dem Livestream gewesen von den zwei netten Wienern von Pumba Kingdom und Livestream-Erfahrung hast du eine Menge, natürlich auch Kamera-Erfahrung. Und so ein Podcast ist ein bisschen was anderes. Wir nehmen auch ohne Bild auf, da kann jetzt jeder in Unterhose da sitzen. Ich verstehe das nicht, klar, natürlich. Wieso? Ja, auch beim Livestream, das ist ja logisch, deswegen stehen wir ja nie auf. Ja, die Leute kennen dich natürlich von Lego Masters, da warst du zusammen mit der Tine, die auch in dem Podcast schon mal mit dabei war und dort habt ihr euch bis ganz nach oben gekämpft, aber für den goldenen Stein hat es leider nicht gereicht. Nicht ganz. Bis ganz nach oben, aber für den goldenen Stein hat es nicht gereicht, das stimmt. Ihr wart sehr lange mit bei. Ihr wart länger mit bei als Leute von der Breaking Bavaria, aber das wird nachher noch Thema. Wir reden natürlich nachher auch noch ein bisschen über Lego Masters, aber ich würde sagen, wir frühstücken erstmal die Nachrichten ab und gucken mal, was es Neues gibt. Wie weit seid ihr denn im Lego-News-Thema drin, ihr beiden? Ja, so recht aktuell, glaube ich. So recht aktuell. Könnt ihr beide was mit Star Wars anfangen, wobei das, den muss ich nicht fragen, ne? Ich habe dem Thema zwar jetzt inzwischen abgesagt, aber ja, ich bin da noch so einiges drin, ja. Also meine Lego-Star-Wars-Phase hatte ich vor 20 Jahren so, also von 1999 bis 2001. Also noch am Ursprung. Am Ursprung, da war die Figur noch gelb. Das wollte ich gerade sagen, da war die Figur noch gelb, es gab keinen Jar Jar Binks. Ja, genau, da war auch meine Lego-Phase. Und da hatte ich ganz viele, ich habe den Luxe-Landspieler gehabt, den Y-Wing und TIE-Bomber und den TIE-Fighter von Darf, die TIE-Bomber von Darf Welter. Das war ein schönes Sitz, ja. Die Podracer, ganz wichtig. Ne, die hatte ich nicht, ne, ne, ne. Doch, die Podracer, das war das Einzige, was ich von da hatte. Da war ich, wie alt war ich denn da, sechs. Das ist schon einiges. Hättest du gesagt 16, hätte ich gesagt, du hattest andere Spot gehabt, aber ja. Na gut, aber warum ich das Thema einschneide, ist ja ganz einfach, Lego hat ja einen AT-AT angekündigt, just gestern, Set Nummer 75313, ein AT-AT, ist erstmal nichts Besonderes, hatten wir schon viele, aber der ist besonders, weil er 800 Tacken kostet und 62 Zentimeter hoch ist und 65, ne, 56 Zentimeter lang. 69. Entschuldigung, bei Männern kommt es immer auf die Größe an, ich weiß. Ja, deswegen 69. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Puppenhaus für große Jungs. Das stimmt. Ich finde, der positivste Punkt bei dem Set kann man hervorheben, dass er mit nur ganz wenigen Sticke auskommt, denn die ganzen Nieken, mit dem das Ding zusammengehalten wird, besteht aus Lego-Noppen, das heißt, die muss man nicht einzeln aufkleben. Ich finde das halt richtig, richtig hübsch, mit 6.785 Teilen, neun Minifiguren, aber 800 Euro, das ist schon, Achtung, den Wortwitz habe ich den ganzen Tag überlegt, das ist schon ein dicker, grauer Elefant im Raum. Hö, 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 hö. Okay, der war platz. Ja. Das stimmt. Ja, da haben wir uns alle über Titanic aufgeregt mit 620 Euro und da sagt Lego, halt mein Bier, ich hab da noch was für euch. Der Millennium Falke war nicht das einzige Set in der Preisklasse, ne, der haben jetzt tatsächlich, also ich meine, neun Minifiguren sind für so ein UC-Asset halt toll, Snowtrooper, vier Stück, zwei AT-AT-Pilots, die man braucht, um das Ding zu manövrieren, ein Commander, General Veers und Luke Skywalker, warum ist Luke Skywalker dabei? Natürlich, weil er mit den beiden kuscheln möchte. Und das Ding ist halt schon gewaltig. Mir, ehrlich gesagt, gefällt er ziemlich gut, ich werde ihn aber definitiv nicht kaufen, das ist außerhalb meines Preissegments, da kaufe ich mir lieber vier Modular Buildings im Januar. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, Gary, das ist ein Puppenhaus für Erwachsene, die sich nicht trauen, Barbie zu kaufen. Genau so ist es. Also ich finde ihn auch super schick, ne, also man muss den Platz dafür haben, ne. Also man muss schon wirklich die Liebe zum AT-AT haben, wenn man sagt, ich will es unbedingt haben, gerade bei dem Preis, ne. Also wie du schon sagst, dafür bekommt man drei tolle Modular Buildings, aber schon schick auf jeden Fall. Das Ding ist mega schick. Und es hat ja auch viele neue Teile mit drin, da kommen wir auch gleich zu sprechen. Ich finde es halt so klasse, dass du in diesem Maßstab, der 1 zu 37 beträgt, der eben auch der Minifigurenmaßstab ist, was bedeutet, im Original AT-AT passen 40 Mann Besatzung rein. Und in diesen AT-AT aus Lego, passend, weil es im Minifigurenmaßstab ist, auch 40 Figuren rein. Weil das Ding einfach riesig ist. Und im Kopf passen drei Leute rein. Man kann seitlich aufklappen, deswegen auch von dir diese Puppenhaus-Referenz. Man kann Seite komplett aufklappen, auch im Kopf vorne. Kann die Leute reinstellen, hat hinten am Heck von dem Gerät noch zwei Speederbikes, Snow-Speederbikes. Und man kann sich die Dimension fast gar nicht vorstellen, wenn man das Ding nicht mal gesehen hat oder auf Bildern mit einer Minifigur verglichen hat, was für ein Gerät das ist. Ich bin wirklich overwhelmed, könnte man sagen. Also wie groß war es nochmal? Du hast es gesagt am Anfang? 62 Zentimeter hoch und 69 Zentimeter lang. Okay, das hat wirklich Ausmaße. Da gehen übrigens Grüße raus an den lieben Sven. Sven, du weißt, wer gemeint ist. Er hat nämlich geschrieben in einem Lego-Chat, seine Familie hatte Hunde, die waren kleiner. Okay, das ist nicht schwer. Naja, die konnten da bestimmt zwischen den Beinen durchlaufen. Ja, wahrscheinlich. Ich muss aber sagen, was mir bei dem Set halt wirklich gut gefällt, sind die erstens die Teile, wie sie verwendet werden und eben diesen Charme, dass man nicht nur das Set aufklappen kann, sondern diese Klappen auch komplett entfernen kann, dass man ihn offen hinstellen kann ins Regal. Das finde ich super. Bei Millennium Falcon hast du immer das Problem, um ihn offen zu präsentieren, musst du quasi wirklich was abbauen und da kannst du es abnehmen. Das finde ich echt gut gemacht. Das Cockpit sieht super nett aus. Und die Details sind einfach mal wieder erste Sahne. Allein, dass sie diese Motorradfelgen für den Hals genommen haben, finde ich echt klasse. Und dass sie diese riesigen, diese Retailer von Negotechnik genommen haben, um die Beine zu aggertieren, finde ich halt auch klasse. Aber nochmal auf deine Millennium Falcon Referenz eben gerade zurückzukommen. Du konntest bei Millennium Falcon auch einfach für die beiden Räumlichkeiten, die drinnen ein bisschen detailreicher dargestellt waren, konntest du auch einfach obendrüber eine kleine Sektion abnehmen. Also da musstest du auch nicht auseinanderbauen. Die war auch einfach nur draufgesteckt. Ja, das war eine kleine Sektion. Du sagst ja schon, aber um das ganze Ding zu öffnen, hättest du was zurückbauen müssen, um alles zu sehen. Ja, dann hättest du aber auch innen wieder mehr reinbauen müssen. Weil hier ist ja wirklich alles, was detailreich ausgestaltet ist beim AT-AT, ist ja abnehmbar und du kannst dann wirklich alles sehen. Und beim Millennium Falcon war auch dann der Bereich, der detailgetreu dargestellt war, war auch komplett zu sehen, wenn du die Segmente oben drüber abgenommen hast. Okay, da hast du recht. Ja, natürlich. Und eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt, bei dem Setteligen Schraubenzieher mit bei. Ja, habe ich auch gesehen. Wofür sind die denn nochmal gewesen? Um die Beine einzustellen. Ja, ich fange von ganz vorne an. Es gab mal früher, als ich klein war, oder ich war damals schon aus dem Alter draußen, es gab Duplo Tulo. Habt ihr das schon mal gehört? Gehört, ja. Das ist Lego Duplo. Da ist so ein kleiner Schraubenzieher, da kann man kleine Gelenke einstellen, festziehen und wieder locker machen, um gewisse Positionen von dem Kran zu fixieren oder so. Es war ein tolles Duplo-Spielzeug. Mein Kleiner hat damit noch gespielt. Und die machen das quasi jetzt in groß. Diese riesigen Technik-Zahnkranz-Drehteller, die da drin sind, sind nur da drin da, weil da eine Schnecke drüber läuft, die an einer Achse befestigt ist, um eben diesen Schraubenzieher, der so eine Achsaufnahme hat, zu drehen, um die Beine zu verstellen. Man kann mit diesen Technik-Zahnrädern und einer Schnecke den Winkel der Beine, Füße und des Kniegelenks einstellen. Und dann ist es fix, ja? Ja, das bewegt sich nicht. Das ist schon geil. Die Schnecke hält ja den Drehteller in der Position und so kann man die Beine haben, wie man sie möchte, ohne dass das Ding umkippt. Denn das Problem war bei der Größe, wie löst man das? Wenn man mit einem normalen Ball-Joints arbeitet, dann knickt das Ding ja weg, weil das Gewicht zu groß ist von dem Gerät. Oder man macht es starr und man kann aber die Beine nicht mehr verstellen. So haben sie es mit Technik-Elementen gelöst und auch neue Teile mit eingebaut. Diese Drehgrenze oder diese Führungsschienen, die man in großen Technik-Sets hatten, 42.082 und 42.055, dem Bagger und dem Schaufelradbagger. Nee, Quatsch. Roten Geländekran und dem Seil, ähm, Quatsch. Schaufelradbagger, jetzt habe ich es auch, diese vielen Technik-Sets. Da waren diese großen Drehteller drin, diese riesigen Führungsschienen und da sind jetzt in klein drin das erste Mal. Wahrscheinlich auch zukünftigen Technik-Sets. Und dann haben sie natürlich da auch noch neue Fliesen, diese 4x4-Fliesen mit drin, mit abgerundeten Ecken und das ist wirklich ein Teilewunder. Oh. Ja. Ich habe vorhin, wo wir gerade von den Beinen gesprochen haben, habe ich ein Video gesehen, ich glaube, es war von, ähm, von Brickstory. Der hat einen, einen, ähm, Unboxing gemacht und ein Speedbild von dem 8080. Da sieht man nur, in der Anleitung haben sie auch drin stehen, wie, wie sie empfehlen, den 8080 hinzustellen. Da sind dann so diese Bilder in verschiedenen Beinpositionen, die dann entweder durchgestrichen sind oder, äh, einen Haken dran haben von wegen, so, ja, so kannst du ihn hinstellen, so besser nicht. Das fand ich ganz lustig. Ja, das habe ich auch kurz mal durchgeskippt. Was ich jetzt lustig fände, weil wir reden auch über die Breaking Bavaria und der, der Gary, der ist ja auch ein sehr guter Lego-Bauer. Das, das Ding ist prädestiniert für Mocker. Wenn ich mir jetzt überlege, dass allein der Corpus des 8080 fast so groß ist wie der Fernseher von dem Super Mario-Set, von dem NES, dann könnte man ja so eine Mechanik in diesen Corpus bauen, wie so ein X-Wing, so eine kleine, oder so ein, ähm, X-Wing durch diese, diese, ähm, wie nennt sich's? Durch den, Trendsplan. Genau, den Trendsplan macht. Könnte man da ja einbauen mit so einer kleinen Kurbel. Ja, ja. Aber ich glaube, das wirst du da nicht drin unterkriegen, weil sonst die Stabilität flöten geht. Ja, mein Gott. Aber ich finde das halt echt hübsch. Wenn, wenn jetzt... Ich dachte jetzt, du willst sagen, man könnte ja dann den Fernseher vom Super Mario da oben mit einbauen. Könnte man auf jeden Fall machen. Aber mal, mal so ein Gedankenexperiment angenommen. Ihr hättet einfach, ähm, weil ihr zum Beispiel Millionärer seid, weil er bei einer Lego-Fernsehsendung aufgetreten seid, wenn er Millionärer wird. Und ihr könnt euch das halt einfach so kaufen. Ja. Und ihr würdet jetzt nicht wissen, wo ich mit dem Geld... Würdet ihr das jetzt kaufen? Oder würdet ihr sagen, nee, es interessiert mich jetzt eigentlich doch nicht. Ist ja nur ein 8080. Ähm, also wenn ich die Möglichkeit hätte, quasi mit dem Geld in den Lego-Store zu gehen und mir da was auszusuchen und der stünde mit zur Auswahl, würde ich mich wahrscheinlich nicht für was anderes entscheiden. Auch wenn das Set gut ist. Das Set ist wirklich gut. Preis ist immer relativ, ne. Aber weil ich wirklich so aus der Star Wars Zeit raus bin, wenn ich ehrlich bin, würde ich auch was anderes kaufen. Also ich... Klar, wenn ich Millionär bin, habe ich die größte Bilder, die man sich vorstellen kann und hat so viel Platz. Aber ich glaube, ich hätte mir dann doch lieber Modulas oder die Titanic dann für 620 gekauft. Ja. Also tatsächlich hätte ich mir auch eher die Titanic geholt als den 8080. Ich finde eure Reaktion erstaunlich. Also so viele Leute haben so den Hype auf dieses Gerät und ich muss sagen, ich pflichte euch beiden bei. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst ein Lego-Set bis 1000 Euro kaufen, aber es muss mehr als 600 Euro kosten, dann kauf irgendwas, kauf, kauf. Aber dann würde ich nicht dieses Set kaufen, ganz ehrlich. Ich finde das hübsch, ich finde das okay. Ich liebe Star Wars, gar keine Frage. Das Set ist auch gut umgesetzt. Ja. Und im Store wahrscheinlich wird das Ding mega mächtig wirken, wie der Daily Bugle, aber... Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Smog vom Adrian, ne, für seinen nächsten Weltrekordversuch. Für den Falken hat er ja auch seinen kleinen Hangar gebaut. Mal gucken, was da damit besteht. Ich kenne jemanden, der ein großes Hoffmodell im Keller stehen hat. Ja. Was macht das denn, Dustin? Das steht da tatsächlich immer noch und wartet. Deswegen wollte ich ja gerade sagen, wenn ich, wenn das Ganze, wenn das Set jetzt vor zwei Jahren rausgekommen wäre, dann hättest du mich damit komplett rumkriegen können, weil ich halt dieses, naja, Riesen ist es nicht, aber dieses zweimal drei 48er Plates große Hosmog im Keller stehen habe, wäre es tatsächlich schon passend dazu gewesen. aber vor den zwei Jahren war dann halt der Millennium-Falke da, ne, und ich habe mir mich für den entschieden und habe mir diesen gekauft. Ja. Das Protokoll, ich will dich nicht rumkriegen, du bist verlobt, ja. Ja, das ist teuer genug. Das ist richtig. Aber eine Sache ist noch ein bisschen, ja, 6700 Teile, Star Wars Lizenz, 11,5 Cent pro Teil, große Teile, kann man jetzt rumjammern, wenn man möchte oder nicht. Was mich aber bei dem Set noch ein bisschen stört ist, so ein kleines bisschen, dass, wie soll ich es denn sagen, man hat die Details, man hat die verstellbaren Laser an der Unterseite von dem Gerät, man hat das schöne Visier da vorne drauf, diese schönen roten Plates, man hat echt die gute Korpusform nachgearbeitet, aber ich wüsste nicht, wer sich so etwas hinstellt, außer jemanden, der einen Star Wars Mock baut oder Jar Jar Binks von dem Ding fressen lässt oder so, ich wüsste nicht, wer sich das hinstellt, ganz ehrlich. Da kaufe ich mir lieber ein 200 Euro Raumschiff vom Star Wars UCS-Gerätchen für Mai oder so und bin zufriedener, aber da wüsste ich nicht, was ich mit dem Riesenteil mache, wer stellt sich das in den Flur. Da wüsste ich einige. Ich wüsste auch einige, habe ich alle letzten Wochen mehr getroffen, also, es gibt immer Verrückliche, ganz ehrlich, wir haben alle so ein komisches Hobby, und da ist sowas eigentlich perfekt, ganz ehrlich. Okay. Die sparen das ganze Jahr darauf, weil die wussten, da kommt am Ende noch was ganz Großes und jetzt wird alles rausgejubelt oder die Mama oder die Frau, bald ist Weihnachten, da färmisch ein paar Sachen ein, wer es kaufen könnte, also ich wusste das nicht. Okay, stark. Nee, ich habe da keinen Bezug zu haben. Ich habe gesehen, ich auch nicht, aber ich habe gesehen, selbst die Titanic, die verkauft sich ja offensichtlich ganz gut, also von daher, es gibt da immer Leute, die ein großes Portemonnaie haben. Was halt ganz cool wäre bei dem jetzt so vor der Weihnachtszeit, dann kaufst du dir noch ein paar braune Steine oder hier tannenfarbene Steine mit dazu und baust dem so ein schönes Geweih und stellst denen als als Rentier irgendwie ins Fenster, als Deko. Okay, Win, hast gewonnen. Einfach in den Vorgarten und zu Ostern machst du Osterhasen heißen Ohren dran und zu Weihnachten machst du ein Bad unten dran aus Weißen Stein. Okay, du hast mich. Dustin, du hast mich. Leute, guckt meine Videos auf YouTube, dann gibt es YouTube-Manier, den kaufe ich mir eben. Nein, ich würde sagen, den AT-AT haben wir jetzt totgetrampelt. Sorry. Und wir müssen noch auf eine Gratisbeigabe zu sprechen kommen, denn für Käufer, das Sets, gibt es eine Gratisbeigabe, mit zu, die 40483, zu Neudeutsch auch genannt, ein GWP, ein Gift Worth Purchase und jeder, der sich dieses Set zum Release des AT-AT kauft, von 26. November bis maximal 25. Dezember, bekommt ein ungefähr mit 30 Euro eingepreistes Lichtschwert aus Lego dazu und zwar Luke Skywalkers Lichtschwert und ich finde es leider echt gut gemacht. Und das bekommt man nur, wenn man den AT-AT kauft? So habe ich es verstanden, ja. Ja. Also es ist... Aber dann ist halt eine Frage, die du vorhin gestellt hast, ist ja klar, ne? Ich meine, damit lockst du dann die ganzen Leute, ne? Oh yeah. Das Luke Skywalker Lightsaber. Exklusiv beim Kauf eines AT-ATs für knapp 800 Tacken. Du bist dabei. Ja, wie bei dem Jodas Lichtschwert damals. Das ist halt genau das Ding. Du kannst dir für 35 Euro rebricken oder weniger. Sieht halt hübsch aus. Das sind Standardteile, sogar ein Technikteiler. Und es sieht echt schnieke aus. Ich werde es rebricken, ich finde es hübsch. Ich brauche den Karton nicht und es ist mir nicht wert, den AT-AT zu kaufen. Aber ja, wie du sagst, es lockt. Wobei diesmal der Karton halt auch wirklich schöner gestaltet ist als beim letzten Mal, ne? Ja. Letztes Mal war es ja, glaube ich, nur dieser lieblose gelbe Karton mit dem weißen Einleger mit dem Bild drauf. Und jetzt ist es tatsächlich ja mal Ich meine, das ist jetzt ein richtiges Set hier. Ja. Es ist schön. Ich würde es aber nicht wundern, wenn die Dinger dann im Mai 2022 dann im Lego-Store dann rumliegen für 20 Euro wie gewisse Lebkuchenhäuser. Und dafür würde ich das tatsächlich auch mitnehmen. Ja. Ohne Frage. 100 Prozent. Ich würde es sofort mitnehmen, aber nicht zum AT-AT für 800 Euro extra dafür. Aber ja. Es ist ein schönes Set. Lass mich ganz kurz eingehen, wie das aussieht. Es ist ein schwarzes Ständerwerk aus so kleinen Slopes, wo vorne eine Plakette drauf ist, die man kennt. Diese 6x4er-Plate mit einer Mitte, mit einer Fliese. Steht dann drauf. Star Wars, Lightsaber von Duke Skywalker. Und auf diesem Ständerwerk sieht es aus wie so ein Ständer für einen Katana. Ist halt dieser Lichtschwertgriff. Nur der Griff, natürlich. Schön in hellgrau mit ein bisschen schwarzer Applikation, roter Applikation und einer Zahnstange oder Quatsch, einer heißes Zahnradstange. Ne. Das geriffelt oben dran. Jedenfalls ein Technikteil oben drauf. Es sieht schick aus. Ist eben rund gemacht mit diesen Rundelementen, mit diesen 3x3 Rundelementen. Beziehungsweise 2x2 sind die. 2x2 sind tatsächlich 2x2 Rundelemente, ja. 2x2. Genau. Ist nett. Ist lustig. Kann man sich hinstellen. Das wäre dann eigentlich, verstehe ich nicht, warum Lego das als GWPs rausbringt. Sie könnten damit so viel Geld machen, wenn sie neben ihrer Helmet Collection auch eine Lightsaber Collection auf den Markt schmeißen würden. Ja. Ist zu einfach. Ist einfach zu einfach. Ja. Man muss doch einfach einen Hype generieren. Warum verkauft man die Brick Molding Machine nur in Dänemark, in Billund? Ich habe sie hier stehen aufgebaut. Ich finde das Ding so schön. Die sollte jeder haben dürfen. Das kann doch auch jeder da hinfahren und die kaufen. Ja toll. Du kannst da über die Grenze spucken. Ja, ich nicht hier. Na komm. Von Braunschweig ist auch noch ein bisschen dahin. Ja, mein Gott. Das ist... Von Braunschweig ist noch ein bisschen witzender. Ja, da lachen sie den Norddeutschen hier. Du kannst aber die Grenze spucken. Du, ich stand bei Hannover und Braunschweig. Bei Wolfsburg und Braunschweig stand ich im Stau da in die Ecke. Und ich habe sowas von verflucht. Und dann stand ich in Hamburg im Stau und habe das alles verflucht. Und dann bin ich von der Ostsee aus zu einem gewissen Spielwareninvestor gefahren nach Bardowick. Und ich habe für eine Strecke, die es, wie gesagt hat, ich brauche eine Stunde, da habe ich zwei Stunden gebraucht, weil Hamburg so dicht war in der Autobahn. Sogar unter der Woche zu humanen Uhrzeiten. Dass ich irgendwie so eine krasse Abneigung habe gegen Norddeutschland so südnördlich von Hannover. Das ist echt schlimm. Nördlich von Hannover? Okay. Dann bin ich ja noch gut bei weggekommen. Ja, eben. Ja, eben. Aber du, uns Norddeutschen geht das genauso. Wenn wir weiter runter gucken, dann sehen wir auch immer nur sowas wie, ja, Kamener Kreuz, scheiße. Und tiefer Stuttgart, scheiße. Also, das geht uns ähnlich so. Ab Frankfurt A5, A8 ist alles dicht. A6, logisch. Musst du mitnehmen. Und warum meckerst du über uns? Ja, toll. Okay, die Nordrhein-Westfalen, die können ja meckern. Die haben das Kamener Kreuz, die haben Kreuzhagen, die haben die A2, die haben die A1. Ach, Volkssport meckern. Aber gehen wir zu was Schönem über. Ich möchte über ein anderes GWP meckern. 40-484. Santas Frontyard. Habt ihr das schon gesehen? Ja. Ich habe mir mehr davon erhofft, um ehrlich zu sein. Und Gerry, hast du schon gesehen? Er schweigt. Ja, ich habe es nicht mal gesehen. Ich mache es trotzdem gerade noch. Ich mache es trotzdem. Ja. So, meiner Frau wird es auf jeden Fall gefallen. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde es ja nett, dass es ein kleines Diorama ist. Auch schön mit... Meine Frau... Ja, deine Frau erwirkt dich gerade. Ja. Achso, meine Frau ist ganz toll. Also, kann man auf jeden Fall hinstellen. Also ich persönlich, ja, es ist sehr viel Blau. Das ist okay. Aber es ist ein schönes Diorama. Es hat auch eine Wand hinten mit Tannen, die gebaut sind, vorne Tannen, die gebaut sind, ein Elf mit bei. Dass es Rentier Brickbild ist, stört mich. Da hätte ich lieber so ein Rentier mir gewünscht aus dem Santa's Schlitten 40499, beziehungsweise das Rentier Battle Pack, hätte ich mir so einen gewünscht. Aber für Oma nehme ich das Ding gerne mit. 317 Teile. Das stört mich gar nicht gar nicht mal so daran, dieses Brickbild-Rentier. Was mich so am meisten daran stört, ist, dass sie die Wand hinten so als eine Wand hochgezogen haben und das nicht so gemacht haben, wie es zum Beispiel damals gab es auch so eine Gratisbeigabe, war auch ähnliche Größe, mit so einer kleinen Haustürszene, wo ein kleiner Junge mit seinem Hund vorne im Garten gespielt hat. Auch so im Winterdesign. Das fand ich, da hätten sie das dann so als Santa's Frontierd noch ein bisschen, was weiß ich, vielleicht im Hintergrund die Hausfassade vom Haus, vom Dings, vom Santa machen können oder sowas. Das Ganze nicht so als dieses, man hat diese eine Position, wo du es hinstellen kannst und das war's. Ich finde es halt schade. Ach, jetzt sehe ich das erst. Nee, sorry. Ja. Ja. Die Fußgabe waren irritiert. Okay. Nee, ich habe, ich habe, nee, ich habe, nee, ich habe, genau, ich habe gerade Besuch das Weihnachtsmann gesehen. Ah, ah, ja. Und jetzt sehe ich erst, also die 10, 2, 10, 2, 9, 3, jetzt sehe ich das erst. Nee, also, nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Nee. Du hast auf jeden Fall recht, da würde ich lieber das Rentier nehmen aus, das Rentier nehmen aus dem, Battlepack, 44, 9, 9. Dritten Set, was ein sehr schönes Set ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich muss sagen, also mir gefallen solche kleinen Lioramen. Ich finde es echt super, ich kann damit viel anfangen. Ich fände es aber schön, wenn das Ding schon Santa's Frontier heißt, dass man wenigstens einen Gartenzaun oder eine Andeutung von einem Haus sehen würde. Das würde viel ausmachen. Ja, das meine ich doch. Ja, so ist es einfach nur ein kleiner Elf mit einer Karotte, das ein überfahrenes Rentier zeigt. An einem kleinen Fluss. Ja. In einem dunklen Wald. Ja. Aber der Mond im Hintergrund sieht aus, als wäre es ein Print. Nein, es sind Sticker. Ah, fuck. Entschuldigung, nicht gut. Nein, es ist gar garantiert. Schade. Das Schild ist mit Nordpol Wegweiser übrigens auch ein Aufkleber. Aber ja, es ist eine Gratisbeigabe, man soll nicht meckern. Das ist völlig okay. Ich fand aber gerade letztes Jahr, das Gratisset, dieses Charles Dickens Buch, fand ich hervorragend. Ja. Das stimmt. Aber ja, man darf ja auch mal nachlassen, das ist ja nicht schlimm. Und aktuell, wir haben übrigens noch bestellt im Lego Online-Shop, kriegt ihr noch die Setnummer ab 100 Euro Harry Potter Einkaufswert, den Gravedor Schlafsaal, der 40452 dazu, wenn ihr das hört gerade. Und die 40488 gibt es ab 100, nee, gibt es ab 60 Euro Einkaufswert. 65 Euro. Das ist den Coffee-Card. Genau, den Coffee-Card, den Kaffeewagen. Ganz ehrlich, ich habe extra wegen dem eine Scheiß, eine Lego-Bestellung ausgelöst. Ich habe extra wegen diesem Coffee-Card eine Lego-Bestellung ausgelöst. Ich gebe es zu. Wirklich? Wirklich. Oh weia. Und ich habe weh für das Gryffindor-Set, aber das ist schon eine Woche her, da gab es noch dieses komische Flugauto mit dazu. Das Tolle. Nee, aber ganz ehrlich, das Set, das ich mir bestellt habe, ist das, das Gary gerade gefunden hat, die 10293, das Santa's Wizard, Besuch des Weihnachtsmann. Das habe ich mir bestellt, genau deswegen. Und dann dachte ich, komm, das ist eine tolle Gratisbeigabe, das andere habe ich noch nicht. Und deswegen bin ich doppelt glücklich. Das kann man da mal machen. Ja. Das ist wirklich ganz schön. Also meine Frau wird es auf jeden Fall kaufen, das weiß ich. aber das wird jetzt wahrscheinlich trotzdem eher Kevin-Alein-Zerhause-Gebäude, das ihn zu Weihnachten bekommt. Oh. Weil es noch ein bisschen weihnachtlicher ist. Das stimmt. Das kaufe ich mir auch noch. Also da werde ich Black Friday drauf. Also ich denke, dass es nicht vergünstigt ist, aber ich hoffe auf doppelte VIP-Punkte, dann werde ich es mir holen. Bin ganz heiß auf dieses Set. Und, also ich finde es echt super toll, das Set. Meint ihr, meint ihr, es geht in den freien Verkauf? Es ist ja ein Ideaset. Normal geht jedes Ideaset in den freien Handel, ja. Deswegen, deswegen. Das heißt, es ist ja ein bisschen günstiger, wird es noch ein Film zu machen. Ich will es aber jetzt haben. Vielleicht nicht dieses Jahr. Ich heiße Kevin. Ja, natürlich. Ich habe eh schon Traumata wegen dem Film. Oh, du heißt Kevin, wie Kevin allein zu Hause. Dann ist er zum Black Friday noch allein zu Hause. Ja. Aber, das Set ist sowieso wunderschön, da kann man nichts dran ändern. Das ist toll, man kann es aufklammen, auch wieder ein Puppenhaus. Ole, ole. Ja. Jetzt sind wir da wieder bei dem Thema. Was ich aber bei dem Kevin allein zu Hause Set so toll finde, unabhängig davon. Ich habe ja schon lange geplant, dass ich mir das Ding kaufen werde. Ich habe mir sogar einen ugly Sweater mit Kevin allein zu Hause drauf gekauft für das Video. Oh Mann. Ja, es tut mir leid. Das ist dann aber ganz schön viel Kevin in einem Video, ne? Ja, aber hey. Sehr viel Kevin für ein Video. Für den Mist gebe ich es mir einfach, das ist es mir wert. Apropos Mist, wir können jetzt entweder über das Brickling Designer Program reden oder über die Bricking Bavaria. Weil der Ben ist zwar heute nicht mit beiden entschuldigt, der fehlt entschuldigt. Der Ben war auch auf der Bricking Bavaria, aber der Gary auch, oder? Ich war auch da. Du warst von Donnerstag an, ne? Also beim Auftrag bis Sonntag, bis zum bitteren Ende da gewesen. War toll, hat Spaß gemacht. Da reden wir doch jetzt mal ganz kurz darüber. Du hast voll Party durchgemacht. Das heißt, du hast wirklich, also hast du beim Aufbau dann geholfen oder nur geguckt? Naja, was heißt beim Aufbau geholfen? Also ich habe jetzt keine Tische oder sowas hingestellt. Dafür gibt es, glaube ich, plus Fachpersonal natürlich. aber auf jeden Fall habe ich schon am Donnerstag die Lego Masters Sachen aufgebaut, was natürlich im Vergleich zu den anderen großen Mox, die hier ausgestellt worden sind, deutlich kleiner war. Ich habe dem Ingo sogar ein bisschen geholfen. Der kam erst relativ spät an mit seinen ganzen Mox geholfen, die Sachen aufzubauen, was auch echt sehr viel war. Ich habe das Gefühl, er hat seinen halben Hausrat mitgenommen, so voll wie der Tisch auch immer war. Ja, die Lego-Bauer neigen zum Sammeln und zum Übertreiben. Kann ich nur ein Lied von singen? Ich drehe mich mal um, ich darf gar nicht die Augen aufmachen. Mittlerweile habe ich schon so viele Sets, dass meine Regale nicht reichen. Die stehen einfach auf dem Boden. Sei froh, dass du sie überall aufbauen kannst. Ich habe momentan so wenig Platz und so viele Sets, dass die eingepackt im Keller stehen. Bei mir stehen sie ja im Storage-Room, aber das ist ja ein anderes Thema. Zurück zu Breaking Bavaria. Du hast ja dann, also ich weiß, dass der Jonas Kram auch dort war. Der hat ja auch dort aufgebaut und hat seine wunderschönen Wohnzimmer oder generell die Zimmer da aufgebaut und da war schon einiges los da drauf. Die Fläche war ja auch nicht gerade klein und wenn du von Donnerstag bis Sonntag da warst, dann bist du wahrscheinlich trotzdem nicht von vorne bis hinten durchgekommen, dass alles genau angucken können, weil du wahrscheinlich auch von Lego Masters ein bisschen eingenommen warst oder habe ich jetzt ein völlig falsches Bild von? Ja, das Schöne war ja, also für den Besucher war die Messe ja, glaube ich, um 18 Uhr schon vorbei immer, aber als Aussteller konntest du ja bis 24 Uhr nachts vor Ort bleiben. Das heißt, du kannst eigentlich noch genug Zeit damit verbringen, dir alles ganz genau anzugucken. Es war schon toll, war wirklich beeindruckend. Ich habe ja auch am Donnerstag so einen kleinen spontanen Livestream gemacht auf der Messe, da stand aber noch nicht alles und allein dieser Livestream, nur mal kurz rüber zoomen über alles, ging über eine halbe Stunde. Man hätte wirklich den ganzen Tag einfach nur in dieser einen Halle verbringen können, aber es war ja noch viel mehr, es war ja nicht nur Brick and Barbaria, es war ja die Faszination Modellbau und es war wirklich für jeden, für jedes große Kind war auf jeden Fall was dabei. Also es war schon klasse, war echt ein tolles Wochenende. Das glaube ich dir. Auch die ganzen anderen Bekloppten von Lego Masters wieder zu sehen, waren ja ein paar dabei, Ingo, Adrian, Benjamin, Tobias, Peter auch, war echt cool, hat Spaß gemacht. Die Tine war aber nicht da, du warst dann quasi der Vertreter eures Teams. Ich war der Vertreter, genau, ich bin der, die man nur erkennt, wenn die Tine dabei ist. Ne, die Tine konnte leider nicht, die wäre aber sehr, sehr gerne dabei gewesen. Ne, ich war, also der Lego Master war auch nicht dabei, also von daher waren da glaube ich sogar fast das am besten platzierte Team, was dort angetreten ist. Also ich muss schon sagen, also man fällt als Mann auf der Breaking Barbaria wahrscheinlich nicht auf, vor allem ein wertiger Mann. Du bist entschuldigt, denke ich mal. Der Breakmaster muss sich wahrscheinlich noch von der Scareback-Tour erholen, da hat er ein bisschen glasige Augen gehabt in dem einen oder anderen Stream währenddessen, als er dort war. Aber du hast ja, du hast ja da unten eine Menge Sachen gesehen, ich habe ja viele Bilder schon gesehen und das sind so ganz viele Sets, die mir ins Auge gesprungen sind, wo ich denke, erstens, woher habt ihr die Zeit und die Kreativität, sowas zu bauen? Und dann, dann frage ich mich, wie kriegt ihr das Ding irgendwie da unbeschadet hin? Habt ihr da nicht Angst darum, dass irgendjemand da hingeht und einfach was abbricht und mitnimmt oder so? Diese riesige Bird of Prey oder der bunte Bonsai, der so wirkt, als ob er angemalt wird mit diesem Farbpinsel und so. Diese Mini-Stadt und der riesige Technik-Kran, der da war. Das ist die Stadt, die in die Höhle gebaut ist. Das sind Sachen, da fallen mir einfach die Augäpfel aus, weil ich hundertprozentig weiß, sowas könnte ich erstens nie bauen und zweitens, ich hätte niemals, nie und nimmer die Geduld, sowas fertigzustellen. Also das ist eigentlich, also ich hab jetzt ja auch ein paar Ausstellungen mitgemacht und auch mit einem recht großen Modell. Also wenn du dir erstmal die Zeit dafür nimmst und die Ideen hast und einfach nur drauf losbaust, dann kriegst du das auch recht schnell fertig. Ich hab mir damals das Ziel gesetzt, hier unsere Ausstellung, die von der Steinhanse damals hier gemacht wurde, die wollte ich gerne, da wollte ich das erste Mal ausstellen. Das hat dann auch geklappt. Und das Modell ist recht schnell dazu fertig geworden und dann hab ich mir halt überlegt, wie ich das am besten auch transportiere, damit so wenig wie möglich kaputt geht. Ich hab's von vornherein modular gebaut, dass ich schnell alles zusammenstecken kann und hab mir eine Kiste dafür extra zusammengezimmert unten im Keller, wo jetzt immer noch das ganze Modell drinsteht. Es ist lichtgeschützt, es ist staubgeschützt, es ist super zum Transportieren, es geht selten was kaputt und wenn, dann kannst du schnell zusammenstecken. wie Jonas ja auch im Artikel geschrieben hat bei Stone Wars, dass das ja halt Lego ist. Du kannst es immer wieder reparieren, wenn dir was auseinanderfällt. Ach so, in der Messe bist du doch alles andere als entspannt. Ja, du hast deswegen ja auch diesen extra Aufbautag. Nö, du bist schon entspannt. Okay. Ich will nicht. Es ist ja nicht wie bei Lego Masters, es sind ja keine 20 Kameras auf sich gerichtet. Du kannst sie eigentlich relativ entspannt den ganzen Tag aufbauen und wie ich schon sagte, allein auch die Art und Weise, wie die meisten Mocks transportiert worden sind, ist ja alleiner schön in der Umgebung. Also gerade jetzt hier auch von Adrian, seinen großen, kleinen Hangar, wie viele Kisten er da handwerklich da noch zusammengezimmert hat, die wirklich punktgenau passen, ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall. Aber wenn wir gerade bei Kisten sind, du hast gesagt, ihr habt auch Sets aufgebaut von Lego Masters. Das heißt, ihr habt die nicht selber aufgebaut? Doch, ihr habt die selber aufgebaut und wie kamen die hier und wo kamen die hier? Wurden die nicht alle zerstört, gesprengt? Nein, also wir haben jetzt keine Sets von Lego Masters mitgenommen. Wir wollten quasi einfach nur als Team von Lego Masters auch irgendwas ausstellen, gerade weil ich auch bei Ingo und Adrian zum Team Brick and Bavaria gehören. Deswegen waren wir alle eingeladen, teilzunehmen. Wir hatten grundsätzlich eigentlich die Idee gehabt, dass wir einen sehr großen Turm bauen aus Technikelementen und alle auf einer Fläche von 16x32 Noppen frei was bauen. Nun ist es so, der Turm ist sehr klein geworden, die Mock sehr groß geworden und wenn man sowas bei WhatsApp plant, dann bekommt man nicht mehr so ganz klar mit, wer hat denn eigentlich was beigetragen. Auf jeden Fall standen wir dort vor Ort, hatten diesen großen Turm, der eigentlich sehr klein war und diese noch größeren Mocks und wir haben dann relativ schnell festgestellt, okay, das wird so nicht klappen. Wir sollten unseren Turm eher so als McDonalds-Raststätten-Schild brachten, das ganz von Weitem einfach als Lego Masters-Logo entdeckt und habe dann die meisten Mocks einfach nur schont rapiert. Ich arbeite ja meistens in Michael Hill, ich habe dann auch Ballbisse an Friedrichshafen ausgestellt haben, die Promenade von Friedrichshafen aufgebaut, das war noch das kleinste Mock von allen anderen, ansonsten wie von Ingo, von Benjamin, von Tobias, von Tine, Tine hat einen wunderbaren Kopf gebaut, den sieht man auch bei Instagram und von Peter, von Cremona, die sind alle riesig, alle riesig, wirklich riesig, das hätten wir niemals draufstellen können. Es sind aber so auch als Einzelstück sehr schön, aber im Verhältnis zu den großen Mocks, die dann noch auf der Messe stehen, natürlich sehr bescheiden. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja egal, ob dein Set auf 10x10 noppen geht oder ob du so ein Ding hast wie die Adventure Islands, wo du einfach nur denkst, da sind 100.000 Euro gefühlt, die da stehen und es gibt so viele, so schöne kleine Sets, wo aus wenigen Teilen gebaut sind. Ich meine, du hast, wie du schon gesagt hast, dich auf diese Microscale fixiert, wo du in Berlin ja gerade nachbaust, aber da gibt es so viele kleine Dinge zu entdecken und auch kleine Sets, die so viele tolle Dinge enthalten können, in dem, wo war das denn, da gibt es so ein Stadtleben und im Stadtleben ist so ein kleiner Traktor mit alten, mit Technikrädern gebaut, wo es halt so ein alter Traktor mit Dampfantrieb ist. So was kann doch auch richtig toll sein. Ich finde es echt cool. Absolut. Ich brauche so was nicht, weil ich kacke finde. Da muss ich nur für kleine Modelle schämen. Das ist halt auch dieser Reiz an den Ausstellungen. Du gehst durch die Gegend und du entdeckst immer wieder was Neues. Du entdeckst teilweise Modelle, die aus Sachen gebaut sind, wo du dir niemals hättest erträumen können, dass man aus den Teilen überhaupt irgendwas bauen kann. Technik zum Beispiel. Aus Technik kann man eh nichts bauen, das ist völlig richtig. Da kann man nur Motoren reinknallen und 500 Euro verlangen. Was? Nein. Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe die Bilder gesehen, wie gesagt, das sind so, so schöne Sets mit bei und egal auf welche Lego-Ausstellung du gehst, es gibt immer wieder so viele neue Sets, wo du vorher noch nie gesehen hast. Ja. Und ich bin immer wieder überwältigt. Ich konnte einfach zeittechnisch nicht da sein, weil ich im Urlaub war in der Zeit und ich war ja froh, dass ich die Steinhahnse Online mit begleiten konnte und da einige Leute im Stream waren, die da ausgestellt haben ihre Sets und mir fallen da einfach jedes Mal, also auf Schwäbisch sagen wir mal, mir fallen das Glotzbäppel aus. Also mir fallen da einfach die Augen raus. Es ist für mich immer wieder imposant zu sehen, was Leute hinkriegen mit Lego-Steinen. Ich finde, ich habe mich bei Lego Masters auch nicht beworben, weil ich das einfach nicht kann. Ich bin da einfach nicht in der Lage zu. Und dann sind da solche kleinen Steinegötter, die einfach die Steine aufeinander machen. Das sieht nach was aus. Ich bewundere das total. Ja, das stimmt. Großes Kino. Und Geri, ja? Zu Lego Masters, das weiß ich nicht, wie du das siehst, Geri, aber bei mir war immer dieser Punkt da, wo ich mir gedacht habe, nee, wenn ich da jetzt unter Druck, unter Zeitdruck wirklich was bauen muss, das würde ich nie im Leben hinkriegen. Wie ist das denn, wenn du da dann wirklich stehst und hast du dieses Gefühl dann oder funktionierst du dann einfach? Ich vergleiche, ich meine, ich bin Designer vom Beruf und da sind, wenn ich einen Auftakt bekomme, auch die ersten drei Sekunden, nö, kann ich nicht, schaffe ich nie im Leben. Aber dann kommt so ein bisschen so der Überlebenskampf und du denkst, ja, klar schaffst du das. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganzen großen Aufgaben, also die sieben bis zwölf Stunden Challenges, die waren eigentlich alle klasse. Das hat alles Spaß gemacht, hat alles einigermaßen funktioniert. Was mich persönlich, wo alle anderen sagen, super geil, das ist ja nur so ein Prüf, so ein Spaß bauen, waren diese kleinen Aufgaben zwischen eins und drei Stunden, weil da kannst du nichts ausprobieren. Da musst du letztendlich, da musst du wirklich funktionieren. Da hatte ich wirklich meine Probleme gehabt, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich eben nicht einfach nur was abliefern wollte, sondern wollte ich trotzdem was für mich abliefern und das hat ja nicht immer funktioniert. Ich hatte die Sachen mit der Polaroid-Kamera. Das war ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, nee, muss ich sagen, hatte ich gar nicht das Gefühl, ich schaffe das nicht. Tu, du könntest auch wie eine beleidigte Leberwurst neben deinem Baupartner stehen die ganze Zeit nur schmollen, das geht auch. Ist das nicht böse gemeint? Aber nein, was ich damit sagen will, ist manchmal kriegt man einfach Sachen vorgetischt oder aufgetischt, die man einfach entweder denkt, man schafft sie nicht oder man denkt, man will sie nicht schaffen, aber am Schlussendlichen kriegt man sie doch irgendwie immer hin. So geht es mit dem beruflichen Leben ja auch und ich finde das wirklich erstaunlich. Also ich würde auch sagen, dass so eine 12-Stunden-Challenge einfacher ist als so eine 30-Minuten-Challenge. Haben wir ja gesehen bei Tide Power to Bricks in dem YouTube-Stream baut man 30 Minuten was Gruseliges. Das ist einfach, desto weniger Zeit, desto stressiger ist es. Desto mehr Zeit, desto besser tatsächlich. Und baust du auch mit Technik oder magst du Technik? Bist du ein Technik-Mensch? Ganz kurz, nein. Sehr schön. Das hat man ja auch in der ersten Folge gesehen, da wusste man, darum geht Bewegung, Wummelplatz und sonst was. Also wir haben uns ja bewusst für eine Achterbahn entschieden. Also ich habe die Lego-Achterbahn auch zu Hause und hätten wir jetzt irgendwas mit Zahnrädern und sonst was, Getriebe, sonst was bauen müssen, das hätten wir auf jeden Fall nicht hinbekommen. Also war bisher nie so mein Thema. Ich bin Gestalter, ich bin Künstler, ich bin kein Techniker. Okay, das ist halt immer der erste Blick, den ich auf Ausstellungen mache. Wenn ich da Lego-Technik-Sätze sehe, gehe ich da hin und erfreue mich entweder den alten Sätzen, die ausgestellt sind oder das, was die Leute aus verrückten Teilen gebaut haben, wie dieser riesige gelbe Kran in der Halle A7. Das ist ja ein Monster gewesen. Den hätte ich so gern, so gern von nahem gesehen, aber ich war ja nicht da. Und für mich ist das einfach das, was für dich jetzt eben diese anderen Designaufgaben sind. Und ich bin immer wieder fasziniert, auf was für Ideen die Leute kommen, wie die technisch etwas umsetzen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von, ja, das ist ein LKW, der kann fahren und kann Licht haben und so. Nee, so Kräne, Bagger, keine Ahnung, da stehe ich voll drauf. Und für mich ist das, ich habe es als Kind schon gern gemacht mit Lego-Technik, so Sachen gebaut, Zahnräder, Getriebe und gemacht und getan. Und da gehe ich halt voll drin auf. Das wäre ein Lego-Masters, Technik wäre was für mich. Ja, da wäre ich auch raus. Ja, das ist echt, ich glaube, sowas sollte man wirklich mal, als A-vollmäßiges machen, irgendwie vielleicht nicht auf RTL, vielleicht auf Arte oder so. Sport. Auf Arte, so ein bisschen Kultur, ja. Ja, 500.000 Zuschauer allein in Frankreich. In dem Fall. Aber was ich cool fand, auf jeden Fall, der Kran ist schon geil, was ich aber cool fand, ist, wo vor drei Jahren ein 15-jähriger Junge vom Kran, von Peter, so inspiriert wurde, das gesagt hat, sowas will ich auch haben. Und jetzt ist er 18 und jetzt steht da ein zweiter großer Kran einfach unter Halle A7, der mindestens genauso beeindruckend ist wie der von Peter. Und das finde ich halt geil. Und darum geht es eigentlich so, und geht es mir, warum deswegen bei Lego-Masters. Klar, um selbst Spaß zu haben, aber auch vor allem die Jugendlichen, die Kinder, sonst was zu ermutigen, weg von der Daddel-Konsole hin, was Kreatives machen. Das muss nicht Lego sein, wenn sie Töpfern. Hauptsache, irgendwas machen mit den Händen, weil ich glaube, dass viele von uns als Erwachsene noch lang genug vor der Mattscheibe sitzen und arbeiten müssen. Deswegen ist es ganz gut, so problemorientiert, lösesorientiert zu arbeiten und mit irgendwas zu starten mit den Händen. Ich bin ähnlicher Meinung wie du. Also mein Sohn immer hat viel Playmobil und viel Lego. Er baut die Sets einmal auf, spielt damit einen Tag, zwei, drei Tage. Dann rupft er sie auseinander und baut was anderes draus. Irgendwann sind die Sets komplett deformiert in der Lego-Kiste und er baut irgendwelche anderen Sachen draus mit irgendwelchen lustigen Ideen. Und das finde ich hundertmal besser, als wenn er vor seinem Tablet sitzt und ein dämliches Spiel spielt, wo er lesen oder rechnen lernt. Das kann er sowieso schon. Dann ist es einfach sinnvoller, wenn er sich mit was Kreativen beschäftigt oder wenn er draußen einen Pfeil und Bogen mit mir bastelt oder was auch immer. Das ist um Längen besser. Und es ist auch natürlich mit Lego Masters, wenn das im Fernsehen ist, die Leute zu ermutigen, was damit zu machen und sich nicht, also wir haben schon oft den Witz gemacht, dass wir mit Hutkremp beim Toys R Us waren und uns ein Lego-Set gekauft haben. Ja, ja, für mein Kind. Und das ist ja gar nicht notwendig. Und genauso wie mit Fußball. Die Kinder sehen Fußball, die im Fernsehen sagen, ich will auch Fußball spielen, dann macht man das einfach. Und es ist schön, wenn man Unterschied von Hobbys aufzeigt. Ich finde es gut. Ja. Vor allem, weil wie Gary gesagt hat, man sitzt später sein Leben lang noch gefühlt vor dem Rechner, wenn man irgendwo im Büro oder sonst irgendwas ist, dann ist es viel zu schade, wenn man schon von vornherein damit anfängt und seine ganze Zeit, eigentlich die Zeit, die man hat, damit verschwendet, das schon von vornherein zu machen. Irgendwelche sinnlosen Spiele spielen. Du, andere Leute belächeln uns, als wir als erwachsene Männer mit Lego spielen. Hallo. Also, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber ist mir egal. Ich verdiene mit Geld. Man kriegt das Kind nicht aus dem Mann. Das bleibt so. Als ob man jetzt hier Autos tunet oder sowas. Ist ja eigentlich alles. Also, ich kenne kaum ein Hobby, was nicht teuer ist. Und dann ist es die eigene Frau. Weißt du, was doch viel teurer ist als die eigene Frau? Wenn du noch eine Freundin dazu hast. Ja. Es gibt ein irisches Sprichwort. Er sagt, ein Mann braucht eine Frau für den Herd, eine Frau fürs Bett, eine Frau zum Kuscheln. Und das Wichtigste ist, alle dürfen sich nicht kennenlernen. Ja, ja. Aber geh mal wieder weg von diesen Sprüchen hier. Was mich noch interessiert zu sprechen, lieber Baria, du warst ja bis zum Ende da gewesen. Du hast wahrscheinlich viele neue Menschen kennengelernt. Das ist ja bei einer Messe eigentlich auch so, dass du mit vielen Leuten sprichst und so. Was hat dich persönlich am meisten beeindruckt von den Menschen, von den Geschichten? Was war so das einprägsamste Erlebnis oder Geschichte, die du erlebt hast? Was ist das einprägsamste? Also, ich muss erst mal sagen, es ist überwältigend, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und komplett offen waren und wirklich über alles geredet haben. Also, an sich war es immer so, ach, das ist der Gary. Den rede ich erst mal so eine halbe Stunde im Monolog. Also, es waren sehr, sehr, sehr viele Informationen, die ich bekommen habe. Also, das Einprägsamste war für mich eigentlich, dass der Fros Björn auf mich zukam und sagte, Gary, ich finde dein Microscale so geil, ich würde es gerne als Set rausbringen. Aber, es waren viele tolle Gespräche. Also, ich habe mit der Marion gequatscht, die hat ja lange mit René zusammengearbeitet, Pets and Bricks, ach, das war, das war, das war, das ganze Event war toll. Ich bin, ich feiere selten Auto mit einem strahlenden Gesicht irgendwie, aber ich bin die komplette Rückfahrt von, ich war ja noch einen Tag in Günzburg, über Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Frankfurt, nach Hause, bis nach Berlin, bin ich mit einem strahlenden Lächeln nach Hause gekommen, weil es einfach ein tolles Event war, wo ich wirklich viele, viele Menschen getroffen habe, die ich entweder schon kannte und nicht gespannt habe, sie gesehen zu haben oder neue Leute. Das war alles toll. Das war wirklich, wirklich alles toll. Und weißt du, was das Allerschönste ist? Ja, bitte? Fünf Wort. Das Schönste ist ja auch, ich bin ja relativ neuer. Ich bin ja schon seit, seit fünf Jahren dabei oder sowas. Aber wie ich aufgenommen wurde irgendwie von allen, das war geil. Also man gehört einfach dazu und das freut mich einfach. Und das, finde ich, ist das Coole an so einer Messe oder Ausstellung, dass man diese, diese, sag ich mal, Kontaktängste, die man vielleicht sonst irgendwo mal äußert oder so, die sind komplett fern. Man geht miteinander um, als wenn man sich schon jahrelang kennt. Man hilft sich beim Aufbau, beim Abbau oder sowas, ohne dass man vorher groß irgendwas miteinander zu tun gehabt hat. Man hilft sich vielleicht mal aus, weil irgendwo ein Stein verloren gegangen ist, aber man hat, hier hat man noch einen über, der da reinpasst oder sowas. Das ist einfach eine richtig schönherzliche Gesellschaft dann. Und das ist das, was ich immer so schön fand. Ja, genau so. Ja, das, was jetzt, was ich vorhin gerade noch sagen wollte, was jetzt so schön ist, wir quasseln seit einer langen Zeit schon. Wir hatten auch ein nicht existentes Vorgespräch und die, die, die Tatsache ist, dass wir jetzt über eine Messe reden, die in, also wenn ihr das in ein, zwei Jahren hört, also wir haben immer noch Corona-Situation, also das Covid-Virus ist immer noch und wir haben bis jetzt nicht ein einziges Mal erwähnt, dass es vielleicht Probleme gab oder Einschränkungen oder wir mussten die ganze Zeit Maske tragen und Corona ist so durch. Wir haben nicht ein Wort darüber verloren, dass irgendwie in der Messe das irgendwie beeinträchtigt wurde, weil ich finde, es ist auch kein Grund, warum so eine Messe nicht stattfinden soll. Es gibt natürlich, wie die Steinhandel, die sich von vornherein am Anfang des Jahres entschlossen hat, weil sie nicht wissen, wie die Lage ist, ob sie sofort stattfinden darf, dass sie sich für eine Online-Messe entschieden haben, aber ich finde, wenn sowas stattfinden kann, dann sollte man daran auch teilnehmen und es ist, ganz ehrlich, wenn ich nicht im Urlaub gewesen wäre, wäre ich auch da gewesen und das ist immer so ein Erlebnis für sich, egal was von der Messe und gerade bei einer Lego-Messe, ich habe das schon so häufig mitgekriegt, da laufen auch immer Leute rum, die man kennt, zum Beispiel der Gary zum Beispiel oder wie du gerade schon erwähnt hast, andere Leute, die man kennt aus dem Umfeld und da kann man einfach einen Schnack halten und das Erschreckende für mich ist dann einfach, mir ging es auch schon mal an anderen Orten so, die Leute kommen auf dich zu, die erkennen dich, die reden mit dir, weil sie kennen dich viel mehr als du siehst, weil du siehst ja da das erste Mal, ich kenne dich halt aus dem Fernsehen oder so und das ist einerseits natürlich ein cooles Gefühl und andererseits halt auch, du fühlst dich halt wirklich integriert, obwohl du mit denen noch nie was gemacht hast, weil das Hobby dich einfach so stark, Achtung, wo wird es connected? Das finde ich das Schöne in der Community, das finde ich echt gut. Ja, break together. Ja, genau so ist das, genau so ist das. Man hilft sich untereinander, also nicht nur das Aufbauen, sondern einfach generell so nächste Projekte, Austausch oder Ideen und sowas und das ist toll, das macht wirklich Spaß. Aber apropos Spaß. Und einer ist verrückter als der andere. Ja, einer der Verrückten sitzt hier. Apropos Spaß, es gibt noch bald die Schwabenstein 2x4EV, die stellen bald aus in Stuttgart, könnt ihr euch auf der Schwabenstein Webseite informieren und ich glaube 1-2 Wochen später ist dann noch die Comic-Con in der Lego-Ausstellung, wo die auch dabei sind. Da ist auch nochmal eine Lego-Messe. Könnt ihr hier mal gucken und im April ist die Steinhanse in Kaltenkirchen, die machen da auch wieder ein Vor-Ort-Event. Also informiert euch auf den einschlägigen Webseiten Stonewalls und Promobricks und zusammengebaut könnt ihr euch informieren, da steht meistens sowas rum oder eben natürlich bei den entsprechenden Gruppen. Da steht sowas immer da und ich würde sagen, wir huschen mal weiter zum nächsten Thema und ich würde ein Thema noch ganz kurz einschieben, das ich euch nicht verraten habe. Ich möchte nämlich noch ganz kurz in den fernen Osten abbiegen. Ah, Chinese New Year Set. Ja. Chinese New Year Set. Ja. Es wurden zwei Sets vorgestellt, 80108, 80109, also das Lunar New Year Traditions und Lunar New Year Ice Festival. Zwei wunderschöne Sets kommen Januar 2022 auf den Markt. Mehr Minifiguren als Teile gefühlt, also das eine hat 1066 Teile, das andere 1519 Teile. Ich bin geflasht, ich liebe sie, ich werde sie beide kaufen, obwohl sie gerade dabei sind. Wie geht's euch? Also bei mir sind das so, könnte man dazu schon sagen, Minute One Käufe, also so erste Minute nach Mitternacht, wäre das tatsächlich durchaus möglich, dass die im Warenkorb landen. Gerry, was mit dir bei dir los? Hast du Beziehung zu den Sets? Also mich interessiert was, was fasziniert euch. Bei dem Sets so. Okay, abgesehen davon, dass 13 Minifiguren enthalten sind, bei dem anderen glaube ich noch ein paar mehr. Das erste Set, die 80108, das ist so ein kleines Set, das sieht von oben aus, sieht es aus wie ein Stern. Ja, ich, ich, ich. Ja? Also ich kenne sie beide, ich habe sie beide gesehen heute. Aber die Zuhörer vielleicht nicht. Ach so, ja. Doch, alle, alle informiert, nein. Ganz kurze Zusammenfassung, sieht von oben aus wie ein Stern, sind so kleine Ecken, die zusammengeschoben werden, dass es aussieht wie ein Stern und jede Ecke ist so eine kleine Art Ausschnitt von einem Raum oder von einem Festival, wo einfach so Neujahrstraditionen gepflegt werden. Und das größere Set, das ist eine Eislauffläche mit ein bisschen was dran. Also die Eislauffläche ist sogar so gemacht, dass man durchgucken kann, weil unten Fische gebaut sind, ein kleiner Baum, eine kleine Hütte mit bei, ein Eistunnel, eine echt nette Geschichte. Also sie sieht echt super aus. Und um auf deine Frage zu antworten, was mich fasziniert ist, ich habe mit der chinesischen oder japanischen Kultur wenig am Hut. Das Einzige, das ich damit verbinde, sind Mangas von früher, Dragon Ballen spezifischen. Und das war es im Prinzip auch. Die Sets triggern mich aber in dem Maße, dass sie so detailverliebt sind, mit wirklich krassen Bautechniken und super Verwendung von Lego-Teilen gemacht sind. Und andererseits kannst du einfach so Standalone irgendwo hinstellen und die sind einfach im Blickfang. Diese zwei Punkte triggern mich bei diesen Sets einfach ungemein. Ja, also bei mir ist das ähnlich. Ich finde, die Chines New Year Sets haben sie eine richtig schön, liebevolle Art und Weise, wie sie das Ganze gestalten, was mir bei manch anderen Sets so ein bisschen fehlt. Deswegen, ja, sonst andere Verbindungen dazu habe ich jetzt nicht. Aber ich mag die Gestaltungsart, die sie da haben. Ich mag das ganze Thema irgendwie. Und deswegen sind die bei mir eigentlich jetzt immer mit dabei. Wie sieht es bei dir aus? Also, es sieht super cool aus, definitiv. Ich habe wirklich mit dem Thema China und Pagoden und Anthony's Sower so wenig zu tun, dass es mich überhaupt nicht triggert. Also, mich persönlich. Also, ich kann wirklich verstehen, dass sie die so geil finden. Die sind wirklich, wirklich vital verliebt. Ganz ehrlich sagen, du sollst auch bei anderen Sets arbeiten. Aber jetzt noch eine neue Serie anfangen, oh weah, das war ganz böse. Ich verstehe deine Zurückhaltung, aber dieses Laternenfest von letztem Jahr, das hat ein, oder von diesem Jahr, Quatsch, das ist ja schon wieder ausverkauft, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Das ist einfach so schön und liebevoll gestaltet. Und diese Sets, die jetzt rauskommen, eben auch. Und das sind so, das was sie bei anderen Set-Linien einfach beim Bummeln auf Deutsch gesagt, was sie bei Modular-Building super machen oder bei Ideasets super machen, machen sie hier in dieser Set-Linie auch. Und bei mir sind so Sachen wie Ideasets einfach Blindkäufe, Kevin allein zu Hause oder was auch immer, Modulargebäude und so geht es mir bei diesen Sets auch und das ist einfach der Grund, warum ich so scharf auf die Dinger bin. Schön. Schön, mit euch zu reden. Da fühlt man sich so ganz gleich normal. Ja, guck mal, wenn du so einen kleinen Raum hast, der so auf, wie viele Noppen sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn mal zehn Noppen ungefähr, so ein kleines Räumchen und das sind mehr Details versteckt als in einem 100-Euro-Lego-City-Bau. Also ganz ehrlich, was willst du da mehr? Ja. Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist ein Wohnzimmerregal, da runter, ein kleines Aquarium, da vorne eine Couch, wo drei Leute sitzen, da vor einem Fernseher. Das ist doch super. Also das ist ein super neuer, was da mit so einem Fernsehen zu gucken. Sieht bei mir zu Hause genauso aus. Am deutschen Kind. Sieht bei mir zu Hause genauso aus. Danke. Jetzt habe ich es geschafft. Dein Wohnzimmer hat nur zehn mal zehn Noppen. Natürlich. Ja, aber für mich macht Lego den Reiz so aus, was eben gerade, wie gesagt, diese Mocker machen oder eben auch, was sie mit den Ideas jetzt machen, weil Ideas kommt ja von der Lego-Community, wo Lego ja nur überarbeitet, wo sie mit den krassesten, schönen Teilen, die du niemals für diese Verwendung genommen hättest, einfach was Tolles machen. Und wie zum Beispiel beim jetzigen Modular Building, auch bei der Polizeitafel, wo sie einfach eine kleine Einmaleins-Fliesen machen und so kleine Nupsis und ein rotes Gummi dran machen. Und es sieht aus wie so eine typische Tafel, die man aus dem US-Fernsehsichern kennt von der Polizei. So eine Fahndungswand. Mit dem roten Fahndungswand. Genau. Das finde ich einfach super. Diese Idee einfach so umzusetzen. Das machen sie mit dieser Toilette, mit den New Year-Sets von einfach genauso. Und da ist ein Baum bei dem einen Teil mit bei. Der hat unten grüne Blätter und dann geht es oben einfach weiß weiter, weil es ein von oben beschneideter Baum ist. Ich liebe es. Es ist schön, es ist schön, dir zuzuhören. Dankeschön. Ja, manchmal geht er einfach so auf. Das ist dann wie so eine Podcast-Blume. Ja, es fängt langsam an zu blühen. Das ist lieb, dass du mich nicht mit einem Hefeknollen vergleichst, weil ich gehe auch gerade wieder auf in die Breite. Das ist aber ein anderes Thema. Ich würde sagen, ein Thema haben wir noch, bevor wir noch ganz kurz auf die Ego Masters gehen. Und zwar ganz kurz möchte ich noch das Bricklink-Designer-Programm einschneiden. Das ist nämlich jetzt gestartet. Man kann bei Bricklink das Designer-Programm oben in der Leiste anklicken, kann sich für ein paar Sets entscheiden. Mittlerweile sind fünf Sets durchgegangen, die über 3.000 erreicht haben. Bedeutet, man kann die anderen vier nicht mehr bestellen. Geschafft hat es der Lego Modular Store, das Venedig-Venedigian Houses, die Bowling Alley, die Mountain Windmill, das Aquarium. Nicht geschafft haben es das ruinierte Haus, also das zerfallene Haus, die Science Adventures, der Quest-Builder und der Seasons-in-Time-Kalender. Also, dass du das Kalender nicht schaffst, hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich eher gedacht, da fällt die Windmühle raus. Die Preise haben wir schon drüber geredet. Der Modular Store ist für mich das Einzige, wo ich sagen würde, hätte ich mir gekauft. Habt ihr irgendwas gekauft? Nein. Geri auch nicht. Noch nichts gekauft, aber ich... Noch nichts gekauft, aber ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. Also der Modular Store wäre der Einzige, den ich mir kaufen würde, aber das sieht nach so wenig Teilen aus, der sieht so klein aus. Da ist so viel Zeug verbaut, dass man gar nicht sieht, deswegen werde ich den nicht holen. Und der Rest triggert mich halt überhaupt nicht. Aber ich finde die zweite Runde okay. Die dritte Runde wird auch sehr teuer. Die erste, da habe ich ja ziemlich viel gekauft, aber in der dritten Runde wird es auch so sein. Ich bin froh, dass ich eine Runde mal einfach aussetzen kann und mich zurücklehnen kann. Und ich finde es toll, wirklich toll, dass jeder nur ein Set bestellen darf. Nur ein einziges Set und nicht die ganzen Händler fünf wegkaufen können. Ja, das stimmt. Das ist das einzig Gute daran momentan. Aber also, was heißt das einzig Gute? Die Sets sind schön, die Sets sind echt super, aber es ist nichts dabei, was mich sofort triggern würde, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt haben. So sieht es aus. Wie gesagt, wenn ihr was wollt, ihr könnt noch bestellen. Vieles sind noch so wunderbar zu haben. Das Axarium sind erst ja so 4.000 da gefundet und von der Retro Bowling Alley auch erst so circa 5.000. Da könnt ihr auch zuschlagen, wenn da ein Podcast rechtseitig wird. So, dann würde ich aber sagen, jetzt gehen wir mal zum Gerry über, denn der Gerry hat heute noch ein bisschen was zu erzählen, denke ich mal. Denn ich habe noch ein paar blöde Fragen. Also Insider-Infos. Ja, Insider-Infos. Die Tine hat ja schon ein paar brisante Fragen beantwortet, die du nicht mehr beantworten musst. Also die Schuhgröße fragen wir dich heute nicht. Mach ich das nicht. Die Tine hat also schon... Sehr gut. Verdammt, du kannst mir meine Schuhe klauen. Die Tine hat mir schon erzählt, wie ihr zu Lego Masters gekommen seid. Ihr könnt übrigens in der vorletzten Folge 56 hören, wie ihr da euch gefühlt habt, wie das alles war. Und was mich halt persönlich interessiert, wobei ich weiß es ja, weil ich dir bei Instagram folge und ein paar Sachen schon weiß, du baust ja privat auch viel mit Lego und du baust vor allem mit Microscaler-Mold schon erörtert. Wie kommst du da an deine Teile? Was machst du da? Kaufst du da ganze Sets? Reißt du die auf oder kaufst du gezielt Einzelteile? Wie kommst du an deine Sets und Ideen? Also ich kaufe eigentlich größtenteils Einzelteile, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe ja, weil ich ja auf Microscale und Architecture stehe, habe ich mir alle bisherigen Architecture-Sets gekauft. Meistens sogar doppelt. Einen zum Hinstellen, einen zum Einlagern für die Rente. Aber die meisten kleine kaufe ich mir eigentlich so. Also sei es jetzt bei Bricklink, sei es mir direkt bei Lego oder auch mal beim blösen Doppel-B, da, wo ich die Steine gerade kriege. Und ich plane ja sehr groß. Also wer es nicht kennt, ich plane momentan ja ein vier Gradmeter großes Microscale-Mock von der Innenstadt von Berlin, vom Potsdamer-Platz, über die Brandenburger Tor, ganz unter Linden, Museumsinsel bis zum Alex. Da kommt einiges zusammen. Da brauchen wir ein bisschen Steine. Und ich habe angefangen natürlich mit ein paar Sets. Deswegen habe ich eigentlich die Aktex-Sets gekauft, um mir da die Steine zu nehmen. Aber festgestellt, das ist ja total doof. Kauft doch lieber die einzelnen Steine. Und so habe ich mir mein Steinelager zusammengekauft letztendlich. Ich meine, ich hätte ja letztes Jahr sehr viel Zeit gehabt durch die Corinna. War ich zu Hause und konnte hier meinen Keller ausbauen. Von daher war das alles passend. Das war super. Also das heißt, du kaufst dann, also wenn du im Microscale baust, bedeutet das, dass du viele einmal eins, einmal zwei, einmal vier Teile und so brauchst. Und die sind ja wirklich im drei, vier, fünf Cent-Bereich bei Lego Steinen und Teile. Und bei Bricklink sind die auch saugünstig zu kriegen. Das ist ja dann natürlich einfacher als ein 20-Euro-Harry-Potter-Set aufzureißen, wo du dann bloß 20 Prozent verwerten kannst, denke ich mal. Genauso ist das. Wir kaufen natürlich auch mal. Also gerade die ganzen Harry-Potter-Sachen, die gefallen uns, also der kompletten Familie richtig gut. Da haben wir auch ordentlich zugeschlagen. Aber ansonsten größtenteils wirklich die Einzelsteine, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe ja noch, das kann ich auch exklusiv bei dir sagen, ich habe ja jetzt meinen allerersten Auftrag natürlich mitunter auch wegen Lego Masters, arbeite ich ja zusammen mit Karstadt an einem 7-Kradmeter-Mock. Wow. Für die Karstadt-Fiale am Hammerplatz in Berlin. Das Gebäude baue ich jetzt nach, was dort entstehen soll. Und ich bin ja auch gerade an fleißig Steine sortieren. Die erste Bestellung kam an und es ist geil. Wahnsinn. Das ist schon nicht schlecht. 7 Quadratmeter. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist circa definitiv, würde ja Spaß machen. Ich meine, wir kennen ja auch den Drop von den Brickthread-Towers, der das World Trade Center nachgebaut hat. Und wie der ab und zu mal geschumpfen hat über Transportstabilität und so weiter und so fort. So Gebäude, die eigentlich eintündig aussehen können, der sehr herausfordernd wird. Sehr, sehr cool. Und wenn du dann da deine coole Microscale-Sachen baust und du schön beschäftigt bist beim Sortieren deiner 1x1-Steine und die Farben zwischen Asyl, Dark Asyl, Light Blue und Aqua zu sortieren, was machen deine Frau und Kinder? Bauen die eigene Sets? Dürfen die deine Steine mitverwenden oder ist da striktes, das ist Papas Lego-Verbot oder wie sieht das aus? Also sie dürfen vereinzelt die Steine mitverwenden. Sie dürfen, also mein Sohn, der hilft mir auch total gerne beim Bau meiner Stadt. Also der darf die Straßen und Gehwege pflastern. Meine Tochter baut ganz gerne die kleinen Microscale-Bäume und da helfen sie auf jeden Fall ganz gerne mit. Ich muss auch sagen, durch Lego Masters haben meine Kinder angefangen, ganz anders Lego zu bauen und zu denken als vorher. Also vorher haben sie so ein bisschen so, ja, wir bauen mal ein bisschen was, wir haben ein paar Steine, wir machen mal was. Danach sind so Erfentrichter gekommen von wegen, wir überlegen uns ein Thema, was wir machen wollen, bauen was und versuchen das in relativ bisschen Zeit umzusetzen. Das finde ich echt großartig, muss ich sagen. Ich kann, also ich höre dir gerade zu, grinsen mir gerade einen ab, weil ich kenne das, also mein Lego ist mein Lego. Wenn du was bauen willst, frag mich vorher. Das ist mein Lego. Mit deinem Lego spiele ich aber gerne. Nein, es ist, ich finde es echt cool, wenn mein Junior mir hilft, was mitzubauen. Jetzt nicht ein Set, aber wenn ich was selber baue oder Ideen habe und dann kommt da eine helfende Hand dazu und da freut man sich, wie Bolle. Das finde ich echt cool. Das finde ich immer sehr spaßig. Und wenn du dann dein großes Mock baust, baust du dann, oder was heißt baust du dann, baust du dann wild drauf los und steckst einfach, wie du denkst oder machst du dir so vorher einen Plan? Weil du bist ja von Beruf Designer, hast du gesagt und jeden Designer, den ich kenne, der würde es definitiv machen. Freie Schnauze, ich mache einfach mal. Du meinst jetzt meinen Berlin Mock? Ja, zum Beispiel. Oder generell Mock, die du baust, ja. Also mein Berlin Mock ist letztendlich so meine Therapie. Weg vom Computer. Ich meine, ich bin Digital Designer. Ich arbeite die ganze Zeit am Computer und Berlin ist quasi für mich der Ausgleich dazu. Ohne großartig zu planen, ich weiß die Sachen einfach im Kopf, so wie ich es mir vorstelle. Also ich gucke mir zwar über Google Maps und andere Quellen wie Gebäude und Straßenzüge an, habe da jetzt aber keine Teilliste direkt nicht haben möchte, sondern weiß so circa, was ich dafür brauche, um das umzusetzen. Also es ist komplett meine freie Spiegelise für den Kopf einfach, um quasi runterzukommen. Ich mache das meistens auch am späten Abend und nachts, wo ich komplett meine Ruhe habe, keine Anrufe da sind, keine Kinder, die da rumschreien, keine Frau, die und was ich ganz Lieges haben möchte von mir. Das ist immer sehr, sehr entspricht auf jeden Fall. Bei so einem Projekt wie das jetzt in Karlstedt natürlich nicht, da habe ich jetzt die Planungsphase, geht schon über drei Monate, sehr viele Computerstunden gebraucht, um dieses Smog bei Stud.io zu bauen, weil die wollen natürlich Preise wissen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich brauche mal einfach für mich los, sondern das sind die Fakten, das bekommst du fürs Geld. Also du hast tatsächlich auch, du baust mit Stud.io vor deine Ideen und machst da Sachen, oder Dustin schiebt irgendwas in die Gegend rum. Also du baust mit Stud.io vor und machst so einen Plan und so weiter. Das finde ich ja cool. Aber jetzt nur bei dem... Ja, definitiv. Und was auch ganz cool ist, das... Nur bei dem Projekt. Das soll ja auch nicht das erste Projekt, das ist das letzte Projekt sein. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere danach. Aber was ganz cool ist, ich baue nicht so dieses 5-Grad-Meter-Mock. es wird auch so kleine in der Größe wie Architecture-Sets wird es kleine Sets geben, die man kaufen kann direkt bei Karstadt vor Ort exklusiv. Krass. Da sind wir gerade noch in der Verhandlung, wie viele Sets gelb werden. Und das ist natürlich so ein Kindheit-Kraum einfach, der sich so ein bisschen da erfüllt. Durch die Selbstständigkeit, nicht direkt bei Lego, aber einfach dann einfach mit den Sachen, wo man so die letzten zwölf Jahre gelernt hat, wie was funktionieren könnte, umzusetzen. Das ist geil. Und wer möchte nicht einfach mein Set von sich rausbringen. Das ist einfach großartig. Totaler Neid. Mega cool. Dann gehst du da durch Karstadt und sagst erst mal so, hier, guck mal da, im Regal. Das ist von mir. Das muss schon ein geiles Gefühl sein. Richtig. Das ist richtig, richtig cool. Das ist geil. Ich bin ja sogar verwundert. Ich darf viel. Jetzt haben wir gerade einen Hänger drin, tut mir leid. Nochmal bitte, ich habe gerade nichts gehört. Nee, nee, ich habe auch nicht gehört, was du gesagt hast, deswegen fangen wir an. Ich meine, du kommst da aus dem Lego Masters Kosmos raus, hast da eine schöne Zeit gehabt mit einem schönen Dreh, der x Wochen ging und hast schöne Sachen gebaut, hast Frust gehabt, hast viel Freude gehabt, bist Lego-Welt im Hobby-Technischen zu Hause, hast Freude dann da zu Hause und dann kommt es auch mit dem Beruf zusammen. Hast du dann nicht irgendwann mal Angst, dass dann das zu viel wird oder dass auch eine Übersetzung stattfinden könnte oder wie handhabst du das? Die Angst habe ich auf jeden Fall. Das ist, so ist es nicht. Ich meine, ich habe auch damals mein Hobby zum Beruf gemacht für ein Design. Ich habe vorher sehr viel gezeichnet und am Computer gearbeitet. aber ich muss einfach sagen, jetzt nach den ganzen Jahren am Computer ist es einfach für mich das Beste zu sagen, man schafft irgendwas und gerade als digitaler Designer wirst du mit nie irgendwas fertig. Das ist ja das Problem. Du kannst, du kannst, du hast am Abend, denkst du dir, okay, was hast du eigentlich heute geschafft? Du siehst es ja nicht. Es ist ja alles nicht wirklich da. Nichts physisches. Und zumindest jetzt für diesen kurzen Zeitraum, ich weiß nicht, wie kurzer Zeitraum sein wird, sei es jetzt da, sei es jetzt wie 10 Jahre, vielleicht sogar mehr, hätte ich auf jeden Fall Lust darauf. Ich habe auch noch andere Projekte. Also ich plane momentan auch eine richtig geile App zusammen mit ein paar Kumpels. Da geht es darum, die ganze Social-Media-Welt offline reinzukriegen, weil wir festgestellt haben, dass gerade auch durch Corona sehr viele einsam sind und auch wenn sie über soziale Medien verbunden sind, fehlt trotzdem natürlich dann der direkte Kontakt zu Menschen. und da haben wir auch eine coole Idee. Da starten wir demnächst in die erste Testphase. Also die Projekte sind auf jeden Fall auch da. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch Legung im Kopf habe. Okay, das ist eigentlich gelogen. Ich habe eigentlich Legung im Kopf, das andere muss aber auch noch laufen. Aber nee, also mir macht es momentan sehr, sehr viel Spaß. Und klar, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich sage, ich kann es nicht mehr sehen. Ich brauche mal eine Pause, aber gerade ist es einfach ein Kindheitstraum, den man sich eigentlich, den so viele Kinder oder Jungs vor allem haben, aber irgendwann sagen, nee, das ist ja unseriös, sowas mache ich nicht. Ich mache jetzt irgendwie was Sinnvolles und studiere BWL. Geri, ganz kurz, ich habe ja auch eine Mediengestalter Ausbildung hinter mir. Ganz, ganz früh in früheren Tagen und du kennst es, du hast Abgabetermin, da gibt es die Datei xy fertig, da gibt es die xy neu fertig, unterstrich neu, unterstrich neu eins, unterstrich neu zwei. Man ist nie fertig, ich kann dem komplett beipflichten. Ja. Du wirst nie fertig. Genau so ist es. Und ja. Also die guten Löhne, die man bekommt, sind ja meistens eigentlich ein Schmerzbegeld, weil letztendlich ist es ja so, dass das jeder eigentlich ist besser weiß als du. Richtig. Immer. Und deswegen mache ich das immer alles noch auf Papier. So Bens Logo oder sowas habe ich auf Papier gemalt, das hat Tine ja dann am Ende digitalisiert. Da weiß ich nicht, das ist, da halte ich mich dann doch vom Computer fern, das ist gar nichts für mich, da hätte ich dann nur zu viel Angst, da würde so viel neue Punkt eins bis, was weiß ich nicht, was dann da stehen, das ist, nee. Ja, das ist halt immer so die Sache. Was ich halt extrem spannend finde, ist, wie du schon gesagt hast, dass du irgendwann mal natürlich eine Pause brauchst oder einen Break brauchst, aber das hatten wir ja früher alle. Wir sind 16, 17 geworden oder 14, 15, haben uns Verlegung nicht mehr interessiert, dann im Alter kam es wieder und wir haben damals bei Berlin Bricks for Happiness, als der Henry, die Geschichte gestartet hatte damals, so viele Leute im Chat gehabt, die 50 und älter waren, die gesagt haben, ja, wir sind wieder zu Lego zurückgekommen, weil es uns jetzt einfach wieder erstens an Zeit ermöglicht hat, da wieder mal reinzukommen und es ist etwas, das uns einfach auch nicht loslässt, auch wenn wir uns länger dafür nicht interessiert haben, aber das ist einfach ein Thema, das uns immer wieder neu begeistert und neu packt und das finde ich einfach, dass das Lego so eine Sache, die halt mit einer der wenigen ist, wo das ermöglicht und das ist die beste Voraussetzung für dieses Hobby. Absolut, also wir sind vor zweieinhalb Jahren in dieses Einhaus eingezogen und der Vermieter hat nicht verstanden, warum dieser unausgebaute Keller gerade mich so zur Begeisterung gebracht hat. Ich verstehe es nicht, das ist mein Bereich, ich habe eigentlich das ganze Haus jetzt nur wegen im Keller und ich muss ja sagen, damals war ja meine Leidenschaft für den kleinen bunten Stein gar nicht so geweckt, wie er jetzt ist, da hat mir vor allem meine Schwiegerin geholfen, mich auf den Richter wieder mit den Lego-Steinen zu bringen, weil vorher war die Frage, okay, was mache ich, baue ich da jetzt eine kleine Handel-Eisenbahn rein oder sowas, weil mein Vater, der hat, nachdem ich ausgezogen bin, mit 18 direkt mein Zimmer annektiert und hat daraus ein Eisenbahnzimmer gemacht und hat auch viel anderes Modellbau. Also ich mache schon mein Leben lang eigentlich irgendwas mit Modellen, aber dieses Medium mit den Steinen ist letztendlich dann so gewesen, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich noch viel geiler, daraus was zu machen, als einfach wie ein paar Vollmer oder Fleischmann oder sonst was Sachen zu holen und die dann irgendwie aufzustellen und mich so freuen, wie es in die Eisenbahn im Kreis fällt und weil dieses Medium einfach so wunderbar einlädt, kreativ zu sein. Ja, bei einer Fleischmann oder bei einer Märklin kannst du ja nicht so einfach was ändern. Klar, wenn du die Teile hast oder dann die Möglichkeit hast, einen Berg oder so neu zu modellieren, aber bei Lego nimmst du es einfach weg, steckst woanders drauf und es funktioniert schneller. Die Faszination ist eine andere. Und den Faktor Eisenbahn hast du trotzdem mit drin. Ja, das stimmt. Leider nur zu wenig, liebe Lego-Leute, leider nur zu wenig. Ja, warten wir mal ab. Ich bin da ganz gut für Dinge, dass nächstes Jahr noch was kommt. Und weil du sagst, Lego ist deine Therapie, mir geht es ja genauso. Ich habe ja auch mit Lego nach langer Zeit wieder angefangen und für mich ist Lego bauen, ich baue ja Sets wirklich nach Anleitung. Für mich ist es auch so eine Zeit, ich komme da runter, ich baue dieses Set schön zusammen und ich baue das für mich. Dann habe ich für mich entdeckt, es macht mir so viel Freude, dass ich die Freude teilen möchte, habe einen YouTube-Kanal gemacht, mache jetzt so einen komischen Podcast und ich teile einfach meine Freude an dem Hobby und ich versuche dann auch einfach die positiven Gedanken mit rüber zu bringen, was mich so an dem Set oder an was auch immer dann eben erfreut hat. Und diese positive Freude, die ich bei einem Set habe, habe ich beim Zusammenbau, beim Angucken und was auch immer. Und diese Art von Therapie, die ist halt auch für mich so ein Ausgleich zum Berufsleben, zum hektischen Leben. Und wie du arbeite ich auch an diesen Sachen, wenn Frau und Kind im Bett sind oder schlafen oder was auch immer. Und das sind dann einfach meine Zeiten, und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Also ich bin in der Meinung, jeder sollte ein Hobby haben. Ich kenne viel zu viele Leute, die haben keine Hobbys, die gehen einfach so hinein, gucken an den Fernsehen und Netflix oder sonst was. Es ist wirklich ganz egal, was. Man braucht auf jeden Fall irgendwie ein Ausgleich zum Alltag. Also irgendwas, was da ist. Und wenn es Gartenarbeit ist. Und ich finde, bei den Leuten, die kein Hobby haben, merkt man extrem am Verhalten, dass sie ziemlich unausgeglichen sind. Dass sie halt nicht dieses Abschalten haben vom Beruf, vom Alltag, sondern einfach so unausgeglichen vor dir stehen und keine Ahnung, wie man das genau beschreiben soll. Aber man merkt einen deutlichen Unterschied, finde ich. Ich möchte da noch ganz kurz was einwerfen, weil du gerade sagst, ausgeglichen oder nicht. Wir treffen uns ja ab und zu im Legoland mit ein paar Leuten und kaufen da ein. Vor allem in der Legoland-Fabrik, da warst du wahrscheinlich auch drin, Gary. Und da ist ja ein Himmel an Steinen, da sind kleine, große Schütten mit Steinen drin. Da hat man kleine Tüten, packt die grammweise da rein und kauft die. Ist am Ende arm, aber glücklich. Und es artet immer in einem Kaufrausch aus. Oh, 200 Gramm Mauersteine, da 100 Gramm davon, 100 Gramm davon, oh, Zahnräder, packt mir ein. Und da merkst du einfach, wer Freude an dem Hobby hat, wer das liebt und hast eine Idee, wo die Leute hinwollen, warum die die Sachen kaufen. Und ich fühle mich da nicht wie ein Verrückter, der da 200 Gramm Steine kauft, weil er denkt, er könnte sie immer gebrauchen. Sondern ich kaufe da mit anderen Leuten ein, die einfach Spaß am Hobby haben und nicht mal einen genauen Plan im Kopf haben müssen, weil sie genau wissen, man kann sowas Tolles draus basteln. Und wenn es nur ein Haus ist oder so, das wäre auch nicht schön. Ja, das stimmt. Und jetzt seien wir ehrlich, was hast du gekauft im Legoland? Ich? Ja. Also ich hätte ganz gerne über 1000 Euro ausgeben, aber ich habe ja auch von dir nochmal erfahren, am besten, man kommt am Anfang des Jahres, der Saison rein und nicht am Ende. War so ein bisschen enttäuscht, jetzt im November, war wirklich kaum noch was Tolles, also viel Technik, also es gibt mal Leute, die werden ganz begeistert. Aber gerade so im Mindscale-Bereich irgendwie war kaum noch was da. Was schade ist, aber viele haben ja gesagt, es ist am Anfang des Jahres wirklich anders. Also ich habe jetzt für 60 Euro einfach mal über, also eine Handvoll reingegriffen und einfach mitgenommen. die meisten Sachen schuld, wie man in Berlin mockt, aber auch andere Sachen, die man einfach so gebrauchen kann, die ich schon gerade gesagt habe. Also hier bis und da bis. Weißt du, wenn du zur Saisoneröffnung reingehst, dann gehst du da in die Fabrik rein, dann hast du da diese kleinen Regale drin, die immer so Kopf hoch sind, wo die Schütten drinstehen und als du drin warst, dann war es so, dass an ungefähr so 40 Prozent der Regale mit Lego-Sets gefüllt waren, wo wirklich Lego-Sets stand, Technik-Sets, normale Sets, Creator-Sets, Lego-Exklusive-Sets und wenn du am Jahresanfang reingehst, sind da keine Sets, sondern bloß Schütten, weil es so viele Teile haben. Oh, das ist toll. Ja, das ist so schön. Naja, muss ich wahrscheinlich nochmal, nochmal wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann zusammen mit euch nochmal hinfahren. Ja, gerne. Weil es ist ja ums Eck, es ist ja ums Eck. Die sechseinhalb Stunden Fahrt habe ich keinen Kauf. Weißt du, was gruselig ist? Ich brauche fast genauso lange in den Lego-Store nach Stuttgart wie nach Günzburg ins Legoland. Uh, das ist gruselig. Und ach, die Bruteile. Ich möchte ganz kurz mal im Podcast sagen, ich habe hier gerade was auf dem Schoß. Das ist fast größer als mein Kind. Das sind jetzt 3854 Teile. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, ja, du weißt es, weil ich es dir gesagt habe. Und es ist dieser dämliche Caterpillar-Ding und ich habe mir tatsächlich gekauft, dieser D11 von Lego Technik. Und ich bin jetzt echt overhyped. Das Ding ist echt gut. D11 von Lego Technik. Ja, diese große Raupeter, der Raupenbagger, der Bulldozer. Ach, der. Ah, okay. Auch ganz schön. Ich habe gesagt, ich kaufe ihn mir nicht so schnell, aber jetzt, tada. Ja. Kevin hat Selbstbeherrschung drauf. Ja. Weißt du, irgendwann gibst du halt einfach für Lego Geld aus und du fragst dich mehr, warum, dann musst du halt nur noch einen Monat lang, also von Wasser und Brot leben, das geht auch alles. Aber das im Schwabenländle ist das doch mit dem Sparen, das geht doch. Richtig. So sieht es aus. Es muss ja noch Geld übrig sein fürs Chinese New Year und Modular-Bildung. So, Gary, ein, zwei Fragen hätte ich noch. Was ist das nächste Lego-Set, das du dir kaufst? Also das Home Alone, das Kevin allein zu Hause, mal ausgenommen. Aber was für ein Lego-Set würdest du dir gerne als nächstes zulegen? Was triggert dich den Grad so extrem? Also ich liebe Eupel ja schon. Jetzt ist er weg. Wer überlegt da gerade sehr lang oder irgendwie ist er auf die Leitung getreten, auf das WLAN-Kabel? Ich würde aufs WLAN-Kabel tippen. Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch gehört, dass da mal ganz kurz die Verbindung weg war und dann haben wir festgestellt, es könnte auch gleich sein, dass er gleich rausfliegt aus dem Chat. Aber es ist gut, dass es so lange jetzt durchgehalten hat, die Verbindung, dass wir jetzt so schön reden konnten. User in your channel, time down. Da ist es. Okay. Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt. Ja, an dieser Stelle danke an Vodafone, great support. Oder es kann sein, dass deine Frau zugehört hat und Steckern jetzt sogar, wie du willst doch was kaufen? Wie, es geht ums Kaufen? Nee, den roter ziehe ich raus. Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt. Aber ich fand es schon mal schön, dass du wieder mit dabei warst, Dustin. Ja, die Umstände haben es möglich gemacht. Ich bin momentan zu Hause. Das heißt, ich konnte dann doch mal wieder mit dran teilnehmen. Und ich hoffe, dass ich es in den nächsten Wochen auch wieder schaffen werde. Also ich möchte mir das gerne wieder freischaufeln. Es macht halt immer wieder Spaß. Und ich möchte auch festhalten, übrigens, die Tatsache, dass Ben nicht dabei ist, ist nicht daran geschuldet, dass du dabei bist, sondern dass es rein aus und Ben's privaten Umständen entsprechen, dass er heute nicht dabei sein kann. Nicht, dass er denkt, dass wir Dustin dabei, weil wir nicht miteinander können oder so. Nee, nee, das ist nicht der Grund. Keine Panik. Aber Dustin hat heute Zeit. Wir wollten eigentlich heute wirklich zu viert aufnehmen. Und ich bin echt froh, dass der Gary mit dabei ist. Also war und hoffentlich gleich wieder ist. Und ich muss zugeben, es ist echt sehr unterhaltsam, mit Leuten zu reden, die in der Lego-Welt noch ganz anders manifestiert sind als ich oder du oder wer auch immer. Weil der auch allein mit Lego Mars ist reingekommen, vorher gar nicht so mit Lego zu tun gehabt und jetzt voller keine da in der Welt drin hängt. Das finde ich echt immer toll. Wie Gary schon sagte, das ist so herzlich alles und man versteht sich und wird gleich gut aufgenommen. Und ja, ich kenne es von Sportveranstaltungen, da kommt man, tritt ein Tennisclub bei, zum Beispiel. Ah ja, der neue, da kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Und bei Lego ist es halt, ah, du hast das gebaut. Cool, was ist das denn? Und das ist halt eine ganz andere Welt. Viel offener, viel weniger auf irgendwelche Statussymbole bezogen oder sonst irgendwas. Genau, was ich sagen müsste, habt Spaß mit eurem Hobby. Das Hobby ist toll. Ihr macht nichts falsch. Und ich finde es auch schön, dass ihr diesen Podcast hört und ich finde es auch schön, dass sich dann solche Leute wie der Gary, dass die sagen, ich mache gerne bei dem Podcast mit, ich komme da gerne mal vorbei, weil warum soll ich nicht bei so einem coolen Podcast dabei sein? Und wie zum Beispiel auch der Henry mit seinem Bill & Big Bricks for Happiness, wo er gesagt hat, ja, da machen wir die ganze deutsche Lego-Welt oder deutschsprachige Lego-Welt, machen wir auf einen Haufen und machen da schöne Unterhaltung. Das finde ich einfach toll, diese auch, ja, Kurzatmigkeit, würde ich es nicht sagen, aber diese Kurzerschlossenheit, wenn man sagt, wir machen das dann, ja, das ist eine tolle Idee, mache ich mit, dass wir nicht erst überlegen, na, wie machen wir das? dass man das macht, da ist er wieder! Ach, da bin ich der Rüder! Tackchen! Hallo! Alles gut, wir haben noch gerade über die tolle Lego-Community geredet und wir hatten die Ahnung, dass deine Familie dir vielleicht einen Stecke gezogen hat, als sie gehört haben, dass du noch mehr Geld ausgeben möchtest. Genau, also die Titanic, die war ja auf der Brücken und die war ja rausgestellt, die ist schon ganz sexy, eine kleinere Version der hier. Du hast die Kobi-Titanic, ne? Also, die könnte ich mir vorstellen. Ja. Die sieht auch gut aus. Das war mein erstes Nicht-Lego-Set. Mein erstes Nicht-Lego-Set war auch ein Kobi-Set, aber das hatte Ketten. Ich habe überhaupt gar keinen Nicht-Lego-Set. Na gut, jeder, man muss auch mal in anderen Gewässern fischen. Nee, ich bin Purist. Ja, ich auch, aber ich muss ja trotzdem gucken, was können die anderen, was können die anderen besser, schlechter, was auch immer, dass ich weiß, warum es so gut ist, warum ich an Lego hänge. Das weiß ich auch so. Manchmal musst du auch, manchmal musst du auch mit der pickeligen Zahnspangen Klassenkamerade knutschen, um festzustellen, dass sie nichts für dich ist. Das wusste ich auch so. Ach ja. Aber, Geri, hast du vielleicht noch Fragen an mich oder an, an, wen wollte ich sagen, an Dustin? Boah, da ist wieder das, Oh, oh, es hakt wieder. Ja, du hörst dich gerade wirklich an, als ob jemand auf dem Kabel steht. Ich sehe den Punkt leuchten, dass er gerade redet, aber dann kommt nichts. Uiuiui. Ich glaube, das ist bald wieder, gleich wieder raus. User in your channel, time down. Ja, da ist wirklich schlechtes Internet schuld, da ist wirklich, huiuiui. Dann überbrücke ich noch mal ganz kurz, vielleicht wird es ja gleich wieder besser. Wenn du dir was kaufen könntest, was wäre das denn als nächstes, außer dem Home Alone-Set, das wir alle kaufen müssen? Zwinker. Puh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe noch so einiges, was bei mir auf der Liste steht, was ich gerne hätte, was auch tatsächlich schon ein bisschen älter ist. Aber so an sich ist es momentan tatsächlich eigentlich die Winkelgasse. die immer noch mit oben drin steht. Ich habe es jetzt geschafft, meine Harry-Potter-Sammlung bis auf, ach, nee, gar nicht wahr, das Hogwarts-Icons-Collector-Set da. Die Hedwig. Das kommt, das sind tatsächlich die beiden Sets, sind neben den Brickheads aus der ersten Reihe von Harry Potter die einzigen Sets, die mir noch fehlen. Sonst habe ich von 2018 an alle Sets von Harry Potter in OVP in meiner Sammlung. Das ist so jetzt mein Thema geworden. Also Star Wars ist, auch wenn ich Lego-Travel-Trooper heiße, Star Wars raus. Tatsächlich. Und Harry Potter ist meine neue Welt geworden. Du bist ja, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, also du hast dich jetzt verabschiedet von einem kalten Kriegsszenario mit Außerirdischen im Weltraum hin zu einem Kinderbuch. Finde ich gut. Ja. Ja, also es ist tatsächlich, klar ist Star Wars nach wie vor präsent und es gibt auch nach wie vor so Sets, die ich mir hole. Ich habe die Razor Quest habe ich mir auch geholt und... Razor Quest. Sorry. Ja, das Raumschiff des Mandalorianers. Das habe ich halt auch unten im Keller liegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bei Star Wars bin ich sofort dabei und muss das alles haben. immer so. Harry Potter ist tatsächlich jetzt, ich sehe nur, da kommen Setnummern raus, die auf Harry Potter passen würden und die stehen auf meiner Wunschliste. Sehr schön. Ich muss ja sagen, ich habe angefangen, die Top- und Flop-Liste des Jahres zu machen für ein Lego-Video, das kommen wird, Dezember. Und bei den Tops und Flops, das sind mir einiges jetzt aufgefallen. Ich habe ein Set von Harry Potter in der Top-Liste und eins in der Flop-Liste. Welches in... der Flop oder möchtest du das jetzt noch nicht sagen? Das spoiler ich doch jetzt nicht, Okay, dann machen wir das im Nachgespräch. Ich spoiler doch jetzt nicht, dass die große Halle mit der Kammer des Schreckens ein Flop ist. Findest du? Finde ich, total. Ich weiß nicht, ich finde, es hat irgendwie schon seinen Reiz, das Set. Eine piegelige Zahnspange ertragende Fünfklässlerin auch, aber... Ja, nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe Gründe dafür, die werde ich im Video erläutern, aber es ist definitiv so, dass es bei mir dahin geht, dass ich habe jetzt die, ähm, dieses Elfen-Clubhaus bestellt, das hatte ich letztes Jahr nicht gekauft, das habe ich jetzt neulich jetzt bestellt wegen dem GWP und jetzt zum VIP-Wochenende werde ich mir wahrscheinlich noch Center's Visit holen und ich bin einer von den Menschen, ich habe jedes Weihnachts-Set hier stehen, seit vielen Jahren und ich habe nicht kein einziges aufgebaut. Nicht, weil ich es als Invest hier stehen habe, sondern weil ich es einfach nie aufgebaut habe, weil immer was dazwischenkommt. Da kommt jetzt der Caterpillar dazwischen, da kommt da was dazwischen, da kommt ein Modular-Bilding, ah, Weihnachten vorbei, verdammt. Da ist er wieder. Hallo, Geri. Hey, danke für das Warten. Jetzt sind wir alle wieder wach. Wir haben alle Bambus-Leitungen hier in Berlin, deswegen kommt immer so wenig an. Ja, das ist richtig, das ist aber völlig okay, der Weg ist ja auch weit. Ja, den nächsten Podcast trommeln wir. Ja. Rauchzeichen. Also, Nego Titanic war es bei dir gewesen, was du dir zulegen wolltest. Dustin hat seine Leidenschaft für Lego Harry Potter gerade offengelegt und gesagt, was er es da noch gerne haben möchte und ich habe noch nicht gesagt, was ich, doch, ich kaufe mir noch dieses, was du da so gut gefunden hast, das Anfang des Cars, des Santas, Visit, Besuch des Weihnachtsmanns. Das werde ich mir als nächstes holen, weil ich habe jetzt viel Geld wieder ausgegeben in diesem Monat und ich will unbedingt nach Billund, will mir nochmal so eine Brick-Molding-Maschine kaufen. Ja. Also, du fährst nach Billund, um die Molding-Maschine zu kaufen. In erster Linie wegen den Leuten, die da auch hinkommen, aber ja, das Set ist einfach der Knaller, das ist echt riesig. Und, was ich noch unbedingt loswerden wollte, also, ich hatte dich ja gerade noch gefragt, weil die Internetleitung ist das besser, ob du vielleicht noch Fragen an uns hast oder irgendwas ansprechen möchtest oder irgendwie, weil wir so lange zum Ende kommen. Genau, weil jetzt, nochmal die Aussage kam und das ist mir auch auf der Brick-Molding-Bavaria so aufgefallen, das Thema mit dem Purismus. Also, es ist mir aufgefallen, dass das für viele, dass es eine Religion ist, dass es der große Däne ist. Jeder, wie er möchte. Ich finde es einfach nur spannend und mich interessiert, wie das kommt, dass man Firma an sich so 100% ja, alles gut heißt. Also, ja, alles gut heißen tue ich trotzdem nicht. Also, das, bloß, ich mische nicht gerne so irgendwie verschiedene Bereiche zusammen. Also, so, ich schmeiße nicht gerne Schrauben und Nägel in eine Kiste und so schmeiße ich halt dann auch nicht nicht-Lego und Lego in einen Pott zusammen und ich bin tatsächlich bisher auch noch nie dazu gekommen, mir ein Set zu kaufen, was nicht-Lego ist und es hat mich tatsächlich auch noch nie ein Set angesprochen, was nicht-Lego ist. Deswegen war es halt für mich von Anfang an, dass ich sage, ich bleibe bei Lego, ich bleibe Lego-treu. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ja, so günstige Baseplates oder sowas, die du auch von unten bebauen kannst in 32, 32 wären der Hit, aber habe dann nur gesehen, wie teuer die eigentlich sind und habe es dann auch gleich wieder gelassen. Deswegen, weiß ich nicht, kam für mich immer nie so der Reiz auf und ja, irgendwie ist es ja dann doch schon ein bisschen Purismus, wenn du sagst, du bleibst nur dem treu. Also ich baue ja auch nur Lego auf Deutsch gesagt, ich habe Lego, Lego, Lego und wenn ich mir mal wirklich was kaufe, wie von Shuiui oder von Mold King von Winner Bricks oder von, was habe ich hier noch alles, Kobi, ich habe einiges von Kobi, dann bleibt das bei den Sets. Also ich mische die Kobi-Steine nicht mit Legosteinen zusammen, das ist alles separiert, aber wie gesagt, ich schaue gerne über Tellerrand, gucke mir an, was die machen, weil die haben auch oft gute Ideen und gute Teile, so ist es nicht, aber wenn es auch was Schlechtes haben, will ich es auch mal gucken und mich erfreuen, was andere besser machen oder was eben die Konkurrenz besser kann. Genau. Das mag ich auch, ich mische es tatsächlich nicht mit Lego, es ist getrennt voneinander, ich kaufe mir die Kobi-Panzer jetzt nicht unbedingt wie den Panzern, sondern weil da die Plates und Bricks aufeinander gehen, weil das eine Teileschlacht ist und du kriegst die echt nicht mehr auseinander. Wie jemand aus Frankfurt sagen würde, das sind Meinungsverstärker und andererseits gibt es so tolle Technik-Sets von anderen Herstellern, wo ich mir nur in den Kopf passe, warum Lego macht ihr das nicht, warum bringt ihr kein Traktor raus mit Anhänger und Mähwerk und dem und dem und dem und dem und ja, ich habe da gerne die Augen offen und ich zeige es auch gerne, ich schäme mich dafür nicht, aber mischen tue ich es trotzdem nicht. Also ich rede jetzt auch nicht von mischen, weil es auch vorhin ging, also ich brauche jetzt für keinen Set von Kobi oder sowas zu kaufen. Darum ging es einfach nur. Also ich feuer Lego, ich liebe Lego total, ich finde das klasse, ich danke denen auch für den Systemstein aber ähnlich wie bei der AfD ist es natürlich auch immer eine Schuld daran, dass da irgendwie immer eine Lücken entstanden ist. Gerade das Thema Eisenbahn, das haben wir ja angesprochen, wo es stark war nach die letzten Jahre, dass da natürlich ein Drittmarkt entstehen kann und was ich natürlich ganz doof finde ist und ich glaube, das war auch ein großer Teil, ist letztendlich, dass es natürlich auch viele Mocks in den Handel schaffen von Designern, die wirklich ungefragt in ihre Anleitung irgendwie dann letztendlich ein Set rauskommen, sowas kann ich auch nicht gut heißen. So wie Brickative zum Beispiel. Genau, sowas finde ich natürlich auch schrecklich. Wenn man eine Eigenleistung sowas bringt und sagt, okay, ich versuche einfach mal was rauszubringen, was Lego leider in den letzten Jahren nicht rausgebracht hat. Das ist mir ja vor allem im Lebland aufgefallen, dass diese vielen tollen Welten, die wir gerade vor allem in unserer Kindheit jungt, das Thema Piratenwelt, also wir hatten jetzt das eine Ideaset, Piratenwelt, Burgenwelt oder auch hier das Land der Pharaonen. Diese ganzen Themengebiete, die im Legoland da auftauchen, dass es diese gar nicht mehr Ersetzung zu kaufen gibt, was ich sehr schade finde. Und da wünsche ich mir einfach, dass das Lego da den Mut hat und vielleicht so die besten Sets irgendwie der letzten 50, ja gut, sie haben ja so ein Programm gestartet, wo er Bionicle gewonnen hat, lustigerweise. wo sie mal Mut haben, irgendwie zu sagen, okay, weißt du was, wir bringen mal so ein Best-of der letzten 30 Jahre raus, wo auch mal wieder eine Burg und ein kleines Piratenschiff, was jetzt nicht ein Ideaset ist, irgendwie rauskommt und einfach vielleicht wirklich die alten Sets mit neuen Steinen wiederbelebt. Ich weiß natürlich, dass nicht alle Steine mehr da sind, also alle Werkzeuge mehr da sind, aber ich glaube, davor liegt der Lego auch so ein bisschen, von der Faszination unserer Kindheit. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass so ein bisschen so eine Legend-Serie könnten sie da rausbringen, so eine Legend-Collection, so Lego Legends. Die haben wir doch quasi schon. Johnny Sunder und sowas alles nochmal mit reinkneiden. Wir haben jetzt die Pirate Bay gekriegt, wir kriegen bestimmt nächstes Jahr nochmal was Cooles, also wir haben das Haus gekriegt, das ist das, ich will mal Geisterhaus sagen, das 10273, das Haunted House haben wir gekriegt, das ist ja auch cool mit vielen Anspielungen von früher. Ich würde mich über so eine Retro-Serie freuen, keine Frage. Da sind halt immer nur diese kleinen Dinger drin, ich glaube, das was Gary meinte ist, dass du dann halt nicht nur so ein kleines Detail, so ein Bild von Johnny Sunder irgendwo als Print auf 2x2 in irgendeinen Raum hängst, sondern dass du wirklich nochmal ein richtiges Set kriegst, wo Johnny Sunder durch die Wüste gurkt oder sowas, keine Ahnung. Aber sowas haben wir ja gerade quasi mit Andeutung, so mit Mini-Tippelschrecken. Ich würde mich über so eine Retro-Serie freuen, ich habe schon so oft gesagt, wie gern hätte ich so eine Mini-Eisplaner-Serie, wo einfach 2, 3 kleine Sets drin sind, muss ja keine riesen Basis sein, oder so eine Classic-Space-Geschichte oder eine Blacktron-Serie, wo einfach nur 3 kleine Sets drin sind, wo einfach ein 20 oder 30 Euro kosten, keine Ahnung, und du bist einfach glücklich. Die schöpfen mir den A-Falls, mit den 18 Plus jetzt so viel Geld ab und die würden für das Gleiche nochmal genauso viel Geld liegen lassen. Also zusammen 100 Euro, 3 Sets würde jeder kaufen. Also ungefragt, kein Thema. Definitiv. Das ist mir wirklich aufgefallen, weil wirklich viele, viele und auch, also was ich ja großartig finde und was natürlich schade ist, die Monorail, das ist ja, das ist Legende, das ist absolute Legende. Wenn wir das, das Lego ausspielen wieder, ich habe jetzt ein Gerücht gehört, es liegt wohl irgendwie vergraben unterm Lego-Haus, die Werkzeuge, wird es nie wieder geben. Aber allein, allein mein kleiner, mein kleiner Junge, der ist so begeistert von der Monorail, ich würde nur am liebsten sonst was für Fischchen kaufen, aber wenn man mal die Gebrauchtmarkt kauft, weiß man ja, was man dafür bezahlt. Ja, leider, ja. Aber im Legoland, ich bin ja auch häufiger da, die Piratenwelt, du hast wirklich das Mittelalterzeug, das Pharaon-Ding, das, ja, es ist so schön auch, was da ausgestellt ist, dass es das so nicht mehr gibt. Ich freue mich über die kleinen Schritte, wie gesagt, die sie machen und die können auch ja mal größere Schritte machen und dass jetzt eine City-Tier-Rettungs-Serie kommt oder eine, ähm, was kommt jetzt noch demnächst, was jetzt kam, diese Degostanz, das finde ich alles okay, aber mach doch einfach pro Halbjahr eine Klassik-Serie, wo drei kleine Sets rauskommen und da sind die Leute zufrieden. Ja. Das fände ich echt cool. Wir haben so viele Themenwelten, die sie verwusten, könnten hätten sie über zehn Jahre, könnten sie da locker was machen. Ja, dann einfach mal, weiß ich nicht, ein Jahr Technik einstellen und ja, wer braucht die Technikautos, braucht kein Mensch. Und, und was du auch noch gesagt hast, ich, ich finde das, ich finde das einfach, wie soll ich es denn sagen, du läufst durchs Legoland, hast diese Erinnerung an die Kindheit, diese tollen Themenwelten, die es nicht mehr gibt und dann siehst du da das, was ist es, das Ninjago-Land mit den coolen neuen Rides, mit den coolen Sachen, die da drin sind, siehst die Kinder, wie sie begeistert sind, weil es diese Sets auch gerade gibt, weil die mit in der Welt drin sind und dann guckst du so einen Piraten drüber und denkst dir, hey, das könnte so schön sein für die Kinder, wenn die wüssten, was die verpasst haben. Und, ich wette, denen geht das in 20 Jahren genauso. Die sind in 20 Jahren, gehen die ins Legoland und sagen, oh, guck mal hier, Ninjago-Welt. Das wäre doch mal wieder so schön, wenn sie mal wieder so ein Ninjago-Set rausbringen würden oder so. Aber im Legoland gibt es auch ein Bionicle-Ride. Hast du den gesehen, Gary? Du meinst der neben der Fabrik, oder was? Ja, genau. Wir haben auch Bionicle-Hallo. Es ist gruselig, aber na gut. Das Beste im Legoland sind die Einkaufsmöglichkeiten und die Burger. So. Oh Mann. Aber ich kriege jetzt am Hunger, ich sollte mal was essen. Wir haben schon spät, irgendjemand muss den Podcast noch schneiden und auf YouTube hochladen und wie Tine sagen würde, überkandideln. Und der hat mir vorhin eine WhatsApp, äh, eine Message geschrieben, wie wir den Podcast nennen können. Wir brauchen da noch einen Folgentitel. Und ich möchte den Folgentitel ungern nutzen, ohne dich gefragt zu haben. Er meinte, Gary und die Podcast-Blumen wäre ein toller Titel. Und wenn du nichts dagegen hast, können wir das als Titel nehmen. Der ist so schlecht. Machen wir so. Das passt zu mir, das kriegen wir hin. Zur Not synchronisiere ich den Podcast nochmal auf schwäbischen drei Tonlagen. Oh Mann. Oh Gott. Thanks, man. Und übrigens, kleiner Aufruf. Abonniert den Podcast auf iTunes, schreibt eine Fünf-Sterne-Bewertung, schreibt gerne einen Kommentar drunter auf YouTube oder auf profi.de, schreibt es gerne drunter, würde mich megamäßig freuen. Und es gibt noch übrigens einen neuen Podcast, das muss ich noch ganz kurz ankündigen, es haben jetzt bloß ein paar Auserwählte mitgekriegt. Das Thema ASMR ist ja gerade, in aller Munde wäre ein blöder Wortwitz, aber ASMR ist ja gerade so der neue Hit und so und gehen viele drauf und ich dachte mir, ich bin der erste deutsche Lego-Mensch, der einen ASMR-News-Kanal macht und das ist praktisch das, was ASMR ist. Wer es nicht weiß, was es ist, der googelt es mal und da gibt es halt Lego-News und ist folgendes so drei bis zehn Minuten lang einfach ganz gemütlich in Flüsterstimme mit ein bisschen Audiophilie mit drin auf der Webseite asmrbrick.news asmrbrick.news können wir mal reingucken, ist ab heute auch bei Spotify und iTunes verfügbar und so viel Eigenwerbung muss sein natürlich. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Boah, das ist so schlechte Kino-Werbung auch. Und wenn ich es mit ASMR anfangen kann, das ist zum Beispiel die Nutzung von, wenn man bei dem 8080, bei dem ersten Podcast den ich gemacht habe, wollte ich darstellen, wie das ist, wenn man ein Zahnrad überdreht oder generell ein Lego-Technik-Teil, wenn dann das so ekelhaft klingt und durchknackt, dann ich dachte, jetzt kommt von dir und für den ASMR nichts ist. Die Podcasts gibt es demnächst auch in Geschrien. Shoutcast, war das was anderes? Ich glaube, ich sollte es auch mal machen mit meiner Sherry-Wurst mit dem ASMR Cast. Ach ja. Ich bedanke mich, Geri, dass du Zeit gefunden hast für uns, dass du mit uns über diese wunderschönen Themen geredet hast und so viel Zeit und so viel Elan mit reingebracht hast und über den Tellerrand mit uns hast gucken können, was die Breaking Bavaria und Lego Masters angeht. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Und und ich würde dich wieder gerne mal einladen, wenn du sagst, die Erfahrung war jetzt nicht so abschreckend, dass ich nie wieder kommen will. Nein, also vielen, vielen, vielen Dank. Das war super. Danke, dass ich mich einladen durfte bei dir. Gerne. Hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen ASMR Podcast. Den ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Und ja, super. War noch tolle Themen. Hat Spaß gemacht. Gerne, ja. Und beim Duster bedanke ich mich auch, dass dein Lama Flügel schuld ist, dass er wieder mal mitmachen konnte. Ja, gerne. Bedanke ich da bei meinem Kollegen. Ja, der würde ich nur nicht bei dir bedanken wollen. Nee, aber ich fand es echt cool, war echt eine coole Sache. Und der Gast hat die Möglichkeit, die letzten Worte zu sagen. Ich sage jetzt schon mal, habt noch einen schönen Tag. Und Geri, die Bühne gehört dir. Das bist du ja gewohnt. Das bin ich gewohnt. Also, bleibt auf jeden Fall kreativ. Es ist immer gut, ein großes Kind zu sein, egal was ihr macht. Man kann nie genug Steine haben, um kreativ zu sein oder was anderes. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, je nachdem, was ihr ihn anhört. Wir sehen und hören uns und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Ciao. Ja, ich verabschiede mich jetzt auch noch mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.